Guten Abend aus den Grenzgänger Studios, Folge 2. Ich sitze wieder mit Brigitte Mollner und wie ist das Gefühl eigentlich für dich mit der Kamera, wie kommst du damit klar? Ist ja schon relativ neu, oder? Dass du jetzt im Internet zu sehen bist. Wie fühlst du dich damit? Es ist so, ich merke die eigentlich gar nicht. Ich gucke dich an und das ist, was du sagst oder was wir reden, ist so interessant, dass die Kamera gar nicht... Macht nichts mit dir? Ich glaube nicht, oder? Das ist gut. Hast du den Eindruck? Nee. Auch nicht, gell? Nee. Es war am Anfang ein bisschen holprig, aber dann hast du die irgendwann gar nicht mehr wahrgenommen. Du hast nicht mal das als ein aufgezeichnetes Gespräch wahrgenommen, sondern einfach ein Gespräch zwischen uns beiden. Eben, eben, eben. Ich gucke dich an und dann reden wir und das ist für mich so interessant und so toll. Ich freue mich so, dass ich dich als Gesprächspartner habe. Das ist wirklich unaussprechlich, dass sowas möglich ist, weil ich eben auch das Gegenteil kenne, dass ich mit Leuten spreche und ich habe das Gefühl, ich rede gegen eine Wand oder sie fühlen sich verletzt oder sie reagieren aggressiv oder sie reagieren überhaupt nicht. Also, das kenne ich schon auch und gerade bei wichtigen Themen und deswegen freut mich das, dass ich hier in dir einen absolut kongenialen Gesprächspartner gefunden habe. Und kongenial, das ist, hört man ja schon, was es bedeutet, gell? Ich kann mich erinnern, das war die erste E-Mail, die ich dir geschrieben habe. Also, ich habe auf deine Anfrage geantwortet irgendwann. Auf meine zweite, bitte. Genau, auf deine zweite. Ja. Und dann hast du mir zurückgeschrieben, ja, bei dir ist es gerade schwierig, weil deine Freundin urplötzlich verstorben ist. Ja. Dann hast du dich ein paar Wochen später erst wieder gemeldet, richtig? Wie war das? Ja. Genau. Und dann hast du mir am Telefon erzählt, was für ein einschneidendes Erlebnis oder Ereignis das für dich war und wie du jetzt auf das Leben schaust oder auf den Tod. Das fand ich interessant und dann waren wir ganz schnell irgendwann bei Religion, weil es um die Frage ging, ja, wie geht es denn eigentlich weiter? Oder was denkst du? Oder ich wollte von dir wissen, was du denkst und dann hast du mir direkt von deiner Idee oder von deinem Vergleich erzählt mit der Batterie. Darauf kommen wir aber später. Das ist ein Cliffhanger. Ja, okay. Und wir sprechen heute über ein Thema, wo wir wahrscheinlich nicht zu 100 Prozent einer Meinung sind. Wir können auch diskutieren, wir können auch streiten darüber. Aber es ist ein Thema, ja, ich glaube, dass es ein hoch kontroverses Thema auch heutzutage ist. Man spricht nicht so gern über Gott, man spricht nicht so gern über Religion, aber das ist genau unser Thema. Wir sprechen über, ja, das Spannungsverhältnis zwischen Wissenschaft und Religion, zwischen Glaube und Vernunft. Ja, mich würde als erstes interessieren, wie du dich selbst einordnen würdest. Bist du religiös? Bist du atheistisch? Was bist du eigentlich? Also ich weiß, dass der Mensch, wenn man seine Schläfenlappen reizt, das hat Viljanur Ramachandran, ein Inder in seinem Buch, die blinde Frau, die sehen kann, ausgefunden, dass wenn man die Schläfenlappen reizt, dass dann Gefühle wie Ehrfurcht, Demut, Liebe, Hochachtung, also so religiöse Gefühle entstehen. Und also dann sage ich jetzt ganz platt, der Mensch ist von Haus aus religiös veranlagt. Er braucht, also er braucht das Praktizieren der Religion. Er braucht dieses Ehrfurchtsvolle, Demütige. Es tut einfach gut, ja, diese Gefühle auch in Riten praktizieren zu können. Natürlich kann man jetzt andersrum gehen und sagen, Hallöchen, Hallöchen, weil der Mensch Riten hat religiöse, entwickelt sich der Schläfenlappen, ja. Also das muss man schon sehen, ja. Du weißt nicht, was ist Henne und Ei, ja. Was war zuerst da? Also ich, für mich war das einfach, ich bin religiös veranlagt und jetzt ist es so, dass ich mich wahrscheinlich als Agnostikerin bezeichnen muss. Als Agnostikerin im Sinne von, dass ich natürlich sehr viel nachdenke, ich bin sehr gern naturwissenschaftlich, sehr rational. Also ich möchte den Dingen auf den Grund gehen und wenn dann und ja und möglichst noch dialektisch, dass das eine das andere bewirkt und andersrum, also im Kreis, ja, linksrum im Kreis, rechtsrum im Kreis, die ganze Argumentation. Das liebe ich sehr gerne, also naturwissenschaftlich, aber ich bestreite nicht und das spüre ich ja und ich sehe es ja jeden Tag und ich erlebe ja diese Dinge, ja, dass es Dinge gibt, die, sie sind schwer zu nennen, sie sind auch nicht erklärbar. Wir werden dann hoffentlich darauf kommen, dass es genauer wird, aber das nennt man dann agnostisch, ja. Wenn jemand hier verstandesmäßig natürlich versucht, die Welt zu fassen, ist ja auch in Ordnung, man will ja Kontrolle, du willst ja irgendwie auf sicherer Grundlage leben. Und dann gibt es aber Dinge, die, also ich gucke dann immer nach oben, die es gibt, die absolut über dich hinausreichen und über die Welt und über den Van Ellengürtel und über unsere Atmosphäre und über vielleicht sogar, ich weiß es nicht, wie weit diese Zusammenhänge reichen. Diese, ja, die Zusammenhänge einfach mal, ob die über unsere Galaxie hinausreichen und man sagte, es gibt Milliarden von Galaxien in Milliarden von Kosmen. Also, also da gibt es etwas, das weiß ich und ich erlebe es und, aber trotzdem bin ich eine, die will es immer genau wissen. Ja, das ist mir schon direkt am Anfang aufgefallen, als wir gesprochen haben, du bist schon jemand, du bist offen, ja, in alle Richtungen gefühlt, aber dir ist es schon wichtig und das fand ich gut, dass es eine rationale Grundlage gibt. Du bist auch nicht ein Mensch, der, naja, das weiß ich, das kann ich nicht ganz beurteilen, ob du esoterisch bist, du bist eher nicht, weil du neigst dazu, aber dann holst du dich auch immer ganz schnell wieder zurück. Du sagst dann immer, ja, aber das kann auch wieder so und so gedeutet werden. Das heißt, du kommst immer wieder zurück zu Vernunft, das ist dir schon wichtig, oder? Ja, ja. Also, da muss ich ja schon mal von der Gendersprache her sagen, der Schöpfer, dann sage ich, die Schöpferin. Also, wenn du von Schöpferin sprichst, oder Sternchen in, ich weiß nicht, was du da alles noch dran setzen willst, also, für mich, in meiner Forschung hat Gott kein Geschlecht, ja, und. Und dann sag doch die Göttin. Warum soll ich sie weiblich, also das ist ja völlig, also ich spiele für mich. Männlich. Nee, ich sag Gott, okay, dann nehme ich den Schöpfer raus, um dir nicht über den Kopf zu stoßen. Okay. Gott ist nicht männlich, nee, aus meiner Sicht nicht. Deswegen sage ich ja Prinzip vielleicht, oder Wirkweise, oder. Okay. Ja, aber das ist für mich etwas sehr Theoretisches, ja, es ist ein Prinzip, das wäre Spinoza's Gott, ja. Hast du mal davon gehört, diese Vorstellung, die unter Wissenschaftlern sehr verbreitet ist, dass Spinoza, jemand aus dem 17. Jahrhundert, ein großer Denker, der, ja, eine pantheistische Vorstellung hat. Schleifer, Optiker, ja, hat Lienersen hergestellt, ja, Baruch, Spinoza, ja. Der die Vorstellung hatte, alles ist Gott, ja, also das ist das, wie du es beschrieben hast, das Prinzip, was alles zusammenhält. Ähm, die Natur wäre für ihn Gott, oder das wäre ein Ausdruck davon, von diesem Prinzip. Eine Manifestation. Genau. Ähm, da, das sehe ich eben anders, äh, weil ich mich eben einordne, und das ist eben der Unterschied zwischen uns beiden, du sagst, du bist Agnostikerin, ich würde sagen, ich bin religiös. Ähm, aber vielleicht nicht in der Vorstellung von vielen Menschen, die jetzt hören, ich sei religiös. Weil meine Vorstellung von Gott, oder auch von der Natur, oder von, von alles Lebendigen etwas anders ist, als zum Beispiel, was man kennt aus der christlichen Vorstellung, ja. Ja. Also, im Gegensatz zu dir würde ich sagen, ich bin religiös, ich bin Theist, ich glaube, das ist ein, äh, ich wollte wieder Schöpfer sagen, aber darf ich nicht, aus Respekt sage ich es nicht. Ich sage, dass es einen Gott gibt, und dass dieser Gott uns erschaffen hat, und uns auch mit Sinnen ausgestattet hat, und was ist das für ein Gott, der uns nicht die Fähigkeit gibt, mit diesen Sinnen ihn zumindest zu suchen. Ja, und wenn du dann von einer dieser Lücke sprichst, oder wie hast, ich weiß nicht, wie du es genau genannt hast, aber wir versuchen ja diese Lücke in unserem Verständnis von der Welt zu füllen, indem wir sagen, oder indem wir uns wünschen, dass es einen Gott gibt. Ja, also du hast von diesem Gefühl gesprochen, das gibt einem Menschen ein gutes Gefühl, ja, ähm, ich würde sagen, ja, es gibt diese Lücke, und diese Lücke ist auch völlig okay, nur... Du meinst die Wissenslücke, oder Erfahrungslücke, oder Begriffslücke, ich habe... Ja, in der Philosophie nennt man das Gotteslücke, also das ist die Lücke, die man nicht erklären kann, also du kannst alles erklären in der Wissenschaft, ja, du kannst alles sozusagen beschreiben, und auch Theorien aufstellen darüber, es sind ja Theorien, das ist ganz wichtig. Also Hypothesen, Thesen, Theorien, und dann... Genau, du kannst sie mit den Mitteln der Mathematik oder Empirie kannst du, ähm, sie versuchen zu belegen, aber in der Wissenschaft ist es ja immer so, dass jede Theorie auch immer gleichzeitig Raum bietet dafür, dass jemand kommen kann mit einer besseren Theorie und sie ersetzt. Es ist schwer, aber es ist möglich. Und diese Möglichkeit, das würde ich sagen, ist wieder eine Lücke, wo ich es für ziemlich arrogant halte, wenn Atheisten sagen, ja, diese Lücke versucht man zu füllen, und das ist dann immer eine gewisse, die Bezeichnung als infantile Zwangsneurose eines gläubigen Menschen, der dann versucht, diese Lücke zu füllen, um sich gut zu fühlen, weil er nicht klarkommt damit, dass es diese Lücke gibt. So. Und ich sage, warum soll es nicht eine Lücke geben, die jenseits von Wissenschaft gefüllt werden muss? Also warum muss alles durch die fünf Sinne gefüllt werden? Warum gibt es nicht andere Erfahrungs- und Wahrnehmungsebenen, äh, die hier zur Geltung kommen müssen vielleicht, ja? Mhm. Ich würde sagen, ich bin ein gläubiger Mensch, aber ich glaube auch, dass es mit den Mitteln der Vernunft und mit unseren Sinnen möglich ist, Gewissheit zu erlangen. Also das ist, dass mein Glaube eine Reise darstellt zur Gewissheit hin, ja? Na, da bin ich aber gespannt. Ja. Das musst du mir aber beschreiben. Ja, also für mich macht es gar keinen Sinn, dass man an der Stelle anfängt zu sagen, ja, ähm, alles kam so aus dem Zufall und aus dem Nichts und, ähm, wir sind jetzt einfach hier. Ich sehe in der Natur und auch in der Ordnung, in der Harmonie oder in dieser Feinabstimmung, also allein wenn man sich anschaut, dass wenn unser Planet nur ein Zentimeter irgendwie näher zur Sonne wäre oder weiter weg, könnten wir vielleicht nicht auf dieser Erde leben. Ja, oder wir wären andere Geschöpfe. Stopp, das muss ich jetzt schon sagen. Dann wären wir andere Wesen und dann würden wir das Gleiche sagen. Äh, wenn wir, äh, ein Meter weiter wären, dann wären wir anders. Ich meine, so wie wir sind, wir könnten ja auch völlig anders sein. Ja. Muss ich sagen. Ja, könnte, aber du kannst es nicht belegen und da, du glaubst daran. Sorry, aber du kannst nicht sagen, dass es möglich ist, ein Lebewesen zu haben, was zum Beispiel, äh, ohne Wasser existiert. Du hast keinen Beleg dafür. Das ist eine Theorie von dir. Also das ist bisher nicht belegt. Ja, das mit dem Wasser, da hast du recht. Ich habe jetzt so an Smorfische gedacht, an Gestalten, also Schwerkraft anders oder, ja, das stimmt natürlich, klar. Wasser, das sagt man inzwischen, dass, äh, Wasser, wenn man eine habitable Zone, von einer habitablen Zone überhaupt redet, dann muss Wasser da sein. Ja, aber es gibt für mich weitere sozusagen Belege aus der Natur, zum Beispiel allein, dass es für jede Krankheit oder für jeden Mangel auf dieser Erde irgendwie eine Lösung gibt, die auch sogar, also Naturmedizin zum Beispiel, dass irgendwie gefühlt alles aufeinander abgestimmt ist. Und genauso die Nahrungskette in der Tierwelt. Ah, ja, 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 dass es, äh, dass es, äh, für Krankheit Medizin gibt, meinst du? In der Natur. Also, dass in allem irgendwie ein Nutzen enthalten ist und dass der so fein aufeinander abgestimmt ist. Und das sehe ich genauso in der Tierwelt, in der Nahrungskette zum Beispiel, diese, ähm, Verzahnung, diese perfekte Harmonie, die da herrscht. Ja, aber das hat ja, ja, warte mal, im Cambrium war diese Lebensexplosion vor 500 Millionen Jahren, äh, ungefähr, ähm, da, das hat, das, 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 das hat ja aber auch 500 Millionen Jahre, äh, Zeit gehabt, um sich aufeinander abzustimmen. Also erst gab es Krusten, äh, und dann Moose auf, auf den Felsen und dann, äh, 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 dann Wasser, im, im Wasser waren die, äh, Tiere, die dann das Land besiedelt haben. Und, äh, und dann sagt man, das Gras war sehr, sehr wichtig, dass das Gras wächst, weil dadurch gab es Pflanzenfresser und durch die Pflanzenfresser gab es die Beutegreifer, ja, die die Pflanzenfresser gefressen haben. Und das, äh, dann, äh, kamst du zu den Prädatoren, also die, die, die ganz oben in der Nahrungskette sitzen, als, äh, wir entstanden nach dem, äh, nach der Auslöschung der Dinosaurier aus so kleinen Säugetieren, die eben unterirdisch lebten und sich dann entwickelt haben, dass wir quasi aus so Säugetieren entstanden sind. Das waren ja 500 Millionen Jahre Zeit, mein Lieber. Ja, ist doch okay. Ist doch kein Widerspruch. Nein, es ist kein Widerspruch, aber dann ist es auch nichts Besonderes. Doch, die Anpassungsfähigkeit, allein die Fähigkeit, ähm, sie kommt ja irgendwo her. Ja, und genauso, äh, wenn du... Acht auf die. Ja, wenn es reine Zufälle sind, dann frage ich dich, ähm, was ist die Definition eines Zufalls? Und die ist doch, dass willkürlich aus bestehenden Möglichkeiten eine ausgewählt wird. Meine Frage ist, woher kommen die Möglichkeiten und woher kommt die Auswahl? Und da sage ich, kommt Gott ins Spiel. Nein, 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 nein. Suche, so werdet ihr finden. Das, das, das ist alles, äh, von der Suche ausgegangen. Das ist nicht von vorne her festgelegt, dass jetzt das Gras kommt, damit die Kuh ein Gras hat. Erst war das Gras da. Warum das Gras entstanden ist, weiß ich nicht. Aber dann sind die Kühe entstanden und dann sind die Löwen entstanden, die die Kühe fressen. Das ist alles eine Entwicklung. Weil jedes Lebewesen guckt, unser Nervensystem ist ja so angelegt, dass es ständig Anregung will, Verbesserung. Es will sich weiterentwickeln, höher entwickeln. Und wir sind ja auch extrem hochentwickelte Lebewesen. Das kommt meiner Meinung nach aus Zeit, ganz, ganz viel Zeit, ganz, ganz viel Zeit. Und dass jedes Lebewesen die ganze Zeit schaut, dass es ihm gut geht und vielleicht noch ein bisschen besser und vielleicht das und das. Und ich meine, dann haben wir ja die, dass die Tiere sich auch verändern, die Tierwelt. Und ja, immer angepasster wird. Fittest of Survival, das sind wir jetzt beim Darwin, Evolutionstheorie. So stelle ich mir das vor. Ja, aber ich frage mich natürlich, wenn du davon sprichst, das hat sich so entwickelt, sagst du. Genau. Was hat den Anstoß dazu gegeben? Was war am Anfang aus deiner Sicht? Unser Nervensystem. Das Nervensystem kam aus dem Nichts. Das hochkomplexe Nervensystem. Nein, nein. Also erst gab es Einzeller. Woher kamen die, aus deiner Sicht? Da haben sich Lipide zusammengesetzt und die haben eine Abkapselung von der Außenwelt geschaffen. Woher kamen die Lipide? Und dann kam es, ja die schwammen erstmal so rum. Ach und woher kam das Wasser, in dem sie hier rumschwammen? Das Wasser, das Weltall ist voller Wasserstoff. Das ganze Weltall ist voller Wasserstoff. Und woher kam das Weltall? Wenn es etwas gibt, was es zur Genüge gibt, dann ist es Wasserstoff. Okay, und woher kommt Wasserstoff? Das hat sich entwickelt, H, warte mal, das ist eine einfache Form. Okay, warte mal, H ist glaube ich das Erste und das Zweite ist dann Lithium. Woher das H kam? Ja. Das kam aus einem Balken und einem Balken und einem Querbalken. Woher kamen die Balken? Die, die sind erstmal so gewesen und dann haben sie sich so aufgestellt und so. Okay, also war der Grundzustand, sagst du, war einfach ein Balken? Der Grundzustand ist, sind, warte mal, was war der Grundzustand? Also ich denke, ganz, ganz einfache, ganz einfache Moleküle. Extrem einfache, da kannst du natürlich fragen, wo kommen die Moleküle her? Jetzt weißt du selber, was ich... Ähm, wo kommen die Moleküle her? Ja, du kannst fragen natürlich, wo kommen die Planeten her? Ähm, äh, also so, die schwirren so umeinander und dann, ja, wo kommen die her? Oder, ah, ähm, hm... Die gängige Theorie in der Wissenschaft wäre ja zu sagen, Urknall. Es gab einen Urknall. Es gab irgendwann mal einen Punkt und es war zentriert auf einen Punkt und von dort aus dehnt sich alles aus. Also diesen Urknall, das finde ich sowas von unsäglich. Das ist für mich wirklich ein... Ich weiß, aber ich weiß, was ein Problem das für dich auslöst. Wenn du sagst, es hatte einen Anfang, ist die Frage, woher kommt der Anfang? Aber wenn du sagst, es war schon immer da, das ist für mich, jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich sage, Agnosticismus könnte sogar ein Problem sein, weil man dann so eine gewisse Unsicherheit oder eine gewisse Gleichgültigkeit mitbringt. Und du sagst, ja, es war einfach so. Ja, ja, es ist da. Ja, 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 ja. Aber kein Angriff. Das ist einfach nur so... Nein, das sehe ich auch nicht als Angriff. Also ich finde, dass irgendwelche Partikel, ja, vielleicht von einem vorhergehenden Weltall, wobei ich das dann wieder auch nur verschiebe, es ist mir klar, ich kann das sagen, dass eine Welt untergegangen ist und dass das die Reste sind, dann fragst du, ja, was war das allererste? Ah, das kann ich dir sagen. Ja. Ah, die Inder sagen ja, dass das Erste ein Ton war. Und aus einem Ton, also eine Frequenz zu Deutsch, ja, es sind, wir bestehen ja aus Frequenzen, also es besteht ja aus Frequenz, müssen wir nicht darüber reden, also eine Schwingung. Und wenn es hörbar ist, dann ist es ein Ton. Bloß, woher kam der Ton? Wer hat den ausgesendet? Bing! Es muss einen Ausgangspunkt geben. Überlege ich gerade, ja, Gott hat sich gelangweilt. Also doch Gott! Eine Göttin, eine Göttin, eine Göttin hat sich gelangweilt. Mir egal, wie du nennst, wenn du meinst, okay. Ich will mich mal hören. Ja, das ist ja sowieso meine These, dass ich sage, die Welt ist ja nur ein Test Gottes oder das Prinzip, des göttlichen Prinzips, um zu testen, ob es richtig tickt. Das ist meine These, also die Ideen, die Gedanken, die sind, werden in Materie umgesetzt und wenn sich das schön entwickelt, dann sind die Gedanken richtig. Und wenn etwas daneben geht, dann sammelt Gott das alles wieder ein und sagt, nee, war nicht, müssen wir ein neues Konzept machen. Weißt du was, darüber machen wir eine eigene Sendung, weil das kommt für mich in den Bereich von, gibt es einen Sinn in der Existenz? Was war der Sinn, ja? Sinn in der Schöpfung, Sinn des Lebens. Darüber, das ist ein gutes Thema, glaube ich, für eine eigene Sendung, oder? Was denkst du? Ja, ja, zweifelsohne, das ist also, ja, ja, natürlich, klar, das sind ganz grundlegende Fragen. Ja, genau. Dann lass uns doch erstmal weitermachen und ich würde dir als erstes die Frage stellen, wie kamst du eigentlich dazu, Agnostikerin zu sein? Weil du bist ja christlich erzogen worden. Ich bin christlich aufgewachsen, genau, sonntags in die Kirche, das ist richtig, auch Pfarrer und Religionsunterricht, evangelischer Religionsunterricht und ich weiß, ich habe mit zwölf Jahren so, ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie man das nennen kann. Und, also, Jesus wurde natürlich sehr toll dargestellt, hat auch gut ausgeschaut, super der Typ, also, boah, zum Verlieben, boah, und das ist ja so, die Katholiken, die sagen ja, das ist ja das Gemeine, dass die Schwestern, die haben einen Ehering an, ja, die Nonnen, die haben einen Ehering an, weil sie sind mit Jesus verheiratet, aber halt alles geschieht nur in der Vorstellung, ich sage nichts dazu, okay. Gut, also, Jesus mit zwölf Jahren war ein Thema für mich absolut und wir hatten das Zimmer, wo ich geschlafen habe, das waren Stockbetten, also zwei Stockbetten hatten wir und ich war im oberen Stockbett und dann habe ich gedacht, so, also, wenn Jesus wirklich Wunder vollbringen kann, dann lasse ich mich jetzt aus dem Bett fallen und dann falle ich nicht runter. Dann passiert mir nichts. War das ein Hochbett oder was war das? Im Hochbett, ja, ja, Stockbett, also zwei Betten übereinander, ich war im oberen, das war vielleicht, ja, ich weiß nicht, anderthalb oder zwei Meter und dann habe ich gedacht, wenn ich mich, also, wenn es Jesus jetzt gibt, dann lasse ich mich runterfallen, dann falle ich nicht runter, dann fängt er mich auf. Und ich, ah ja, jetzt kommt mir noch was und das habe ich dann lieber gelassen, diesen Gottesbeweis oder Jesusbeweis, den habe ich lieber gelassen. Jetzt kommt mir auch, warum auch, also, ich habe natürlich diesem Wunder nicht vertraut, wem ich aber auch nicht vertraut habe, war, und das muss ich gestehen, meiner Inbrunst. Ja, also, die, viele Sekten oder Religionen sagen, wenn du nur tief genug glaubst, dann kannst du ja auch levitieren, ne, also diese, zum Beispiel, diese. Gibt es viele Versprechen, ja. Schrie, ich weiß jetzt nicht, die sagen, wenn du lang genug medizierst und das richtig machst und wirklich dabei bist, dann kannst du, levit, dann kannst du dich erheben vom Fußboden, also sprich, die Schwerkraft überwinden. Ja. Ich habe es, also, ich habe mir diesen Glauben nicht zugetraut und ich habe auch Jesus das nicht zugetraut, also ich habe eigentlich nicht so an Jesus gekriegt, sondern mehr an die Naturgesetze. Ja. Ja. Verstehe ich. Mehr an die Naturgesetze, an die Schwerkraft. Ja, wenn ich dasselbe Experiment machen wollen würde. Ja, genau. Ich würde es als gläubiger Mensch nicht machen. Denn? Denn ich glaube daran, dass all diese Gesetze von Gott erschaffen sind und dass ich einen freien Willen habe, um Fehler zu machen. Ich kann Fehler machen, ich kann dumm sein, okay, und ich würde mich selbst verletzen. Warum sollte ich das tun? Gott hat diese Welt erschaffen mit all diesen Prinzipien. Mit der Schwerkraft. Und ich muss mich diesen Prinzipien unterordnen. Ja, genau. Warum sollte Gott für mich eines seiner Prinzipien brechen? Du musst ihn gar nicht testen. Jetzt verstehe ich. Du musst ihn gar nicht testen. Ah, ich muss ihn erfahren. Also, das wird auch ganz oft von Atheisten oder auch von Agnostikern immer so gering geschätzt. Ja, das ist eine subjektive Erfahrung. Aber die ganze Welt, das ganze Erleben ist eine subjektive Erfahrung. Ja, ja, ja. Natürlich braucht es Vernunft, man braucht Wissen und man braucht Urteilsvermögen. Aber am Ende ist es ja so, dass wenn ich in der Theorie lerne, was Feuer ist, reicht es nicht aus, um zu verstehen, was Feuer ist. Sondern erst, wenn ich meine Hand in die Hitze hinein tue, spüre ich das Feuer. Und dann spüre ich auch die Effekte von Feuer. Das heißt, subjektive Erfahrung ist ganz zentral. Und deswegen, ich sehe das Leben, du hast es auch ganz gut gesagt, ich sehe die Welt auch als eine Prüfung. Ja, und Gott hat diese Welt erschaffen und alles, was existiert. Und hat mich auf diese Erde gesetzt für eine befristete Zeit. Und ich durchlebe diese Prüfung. Ja, und ich werde daran getestet. Und auch in solch einem Moment, ich hatte natürlich, ich habe natürlich immer noch, immer wieder auch Zweifel. Das gehört zum Glauben dazu. Also was wäre ein Glaube ohne Zweifel aus meiner Sicht? Nichts. Ja, ja, das ist das Nächste. Ja, ja, also ich sage ja, dass Gott dich testet und sich testet. Indem er dich testet, testet er auch sich. Und was will er über sich erfahren? Ja, ob er richtig denkt. Ob er richtig tickt. Er ist dazu fähig, Fehler zu machen. Das heißt, ein fehlerhaftes Ding hat uns erschaffen, willst du sagen. Ist nicht zwingend, dass er fehlerhaft ist. Doch, natürlich. Kürze es jetzt mal ab der Grenze. Und zwar, ich glaube einfach, dass deine Religiosität daher kommt, dass du, sage ich jetzt einmal, behütet aufgewachsen bist oder Eltern hattest, die dich da herangeführt haben. Das ist deine Prägung, das ist dir, das ist sozusagen in den Genen. Ich weiß jetzt nicht, du kennst ja auch Epigenetik, also dass sozusagen die Außenwelt in den Genen, ins Langzeitgedächtnis der Gene eingeht. Also die Geschichte geht ins, sagen wir mal, die Familiengeschichte, also das, was ihr lebt und praktiziert und so weiter, das wird genetisch letztendlich verankert. Und, also du bist aufgewachsen und das ist ein, das klingt behütet, behütet, was du sagst. Und bei mir ist eine viel, viel radikalere Hinterfragung, ja, wenn ich, also auch Gott hinterfrage, ist ja radikaler, weil ich einfach ohne Eltern aufgewachsen bin. Ich bin im Kinderheim aufgewachsen, von Geburt an, fünf Jahre lang und da hatte ich fünf Jahre lang Zeit, mich selber zu hinterfragen und an mir zu zweifeln, wie du auch sagst, ja. Also ich hatte keine Behütung, gar nichts, ich habe alles, was ich bin, das habe ich selber aus mir erschaffen in diesem, man sagt ja, dass eine Person, ein Kind nach drei Jahren fertig ist. Da ist die Persönlichkeit fertig, da ist nichts mehr zu machen, ja. Und ich bin dann eben mit fünf Jahren zu meinen Eltern gekommen und sie haben mich dann zu sich genommen, aber diese ersten fünf Jahre war eine so, ja, allein gehende Strecke, dass ich, wenn du von Gott redest, habe ich das Gefühl, es hat dich jemand an die Hand genommen und hat dir etwas gesagt und gezeigt und mit dir zusammen gemacht. Und das war friedlich und schön, so, du kannst jetzt widersprechen, aber ich halte das für eine familiäre Prägung. Das ist deine Annahme? Deine Religion. Das ist deine Annahme? Meine These. Das ist deine Annahme? In These. Perspektive. These stelle ich in den Raum, okay. Behütet aufgewachsen, würde ich nicht so sagen, aber das spielt ja auch für mich. Religios behütet meine ich. Ich würde sagen. Religios behütet. Ja, aber für mich spielt das eine geringe Rolle. Natürlich gibt es Menschen, die folgen einfach nur blind dem, was ihnen vorgemacht wird. Das ist doch bei dir nicht der Fall. Du nimmst ja, das ist ja klar. Ich glaube aber, dass egal was die Prägung ist, ob das jetzt deine Prägung ist oder ob das meine ist, das sind ja schon universelle Fragen, die sich viele Menschen stellen. Also es sind ja metaphysische Fragen. Man will die Natur der Dinge verstehen. Man will sein Dasein verstehen. Und das kommt irgendwann. Also das ist schon meine Erfahrung, dass es bei jedem irgendwann kommt. Es gibt auch Leute, bei denen kommt es sehr spät. Aber bei mir kam schon recht früh. Die Frage nach Gott oder was? Die Frage danach. Oder woher kommt alles? Was ist das eigentlich? Woher kommt alles? Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Und was ist der Sinn? Das war schon recht früh da. Ich würde so sagen mit 16, 17. Du hast gesagt mit 12. Das ist schon krass. Also das ist so mit 12. Ja, ja, ich war früh reich. Ja, heftig. Also das, darüber haben wir in der letzten Folge. Nein, aber Jesus ist ja mit 12 Jahren verschwunden. Das war, das ist glaube ich, das ist ein ganz normales Alter. Weiß ich nicht. Jesus hat ja mit 12 Jahren im Tempel gelehrt. Ja, aber Jesus war, also soll nach der Darstellung eine außergewöhnliche Intelligenz gehabt, eine außergewöhnliche Neugier gehabt haben. Ja, 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 ja. Die scheint, aber aus meiner Sicht weist es auch darauf hin, worüber wir ja letztes Mal gesprochen haben, dass dieser Mangel, von dem du gesprochen hast oder auch dieses Aufwachsen ohne Eltern, dass das dazu führt, dass man irgendwie schneller reift, vielleicht sogar besser reift. Ja, es kann einen kaputt machen, 100 Prozent, es kann einen traumatisieren, aber auf der anderen Seite glaube ich, dass es einen schon… Völlig unabhängig macht. Genau. Nicht manipuliert, nicht manipulierbar, nicht manipuliert, nicht gemustert und geprägt. Ja. Also nein, es ist ein anderes Muster, eine andere Prägung. Ja. So. Aber ich glaube schon, dass man dadurch schneller reift und schneller zu so einer Reflexion kommt. Und dann vielleicht im Kopf auch erstmal zumindest weiter ist als viele andere in diesem Alter, viele andere Kinder. Also ich sehe, ich habe nicht nur Neffen und ich sehe nicht bei allen diese Reife, dass sie sich diesen Fragen stellen. Mhm. Ja. Ich glaube schon, dass das mit der Prägung zu tun hat, die du hattest. Das macht schon was mit einem. Dass ich alleine war. Und bei Jesus genauso. Dass ich alleine war. Dass ich alleine war. Ja. Bei wem? Bei Jesus. Oder bei vielen anderen Prophetenfiguren oder diejenigen, die dann Religionsstifter geworden sind. Das ist ja ganz ähnliche Muster. Äh, die sind im Mangel groß geworden. Die haben viel Ungerechtigkeit gesehen. Äh, die haben ihre Eltern verloren. Gibt's auch, also beim Propheten Mohammed zum Beispiel. Hat der seine Eltern verloren? Der hat sehr früh seine Eltern verloren. War ein Weise. Ah. Ja. Oh. Ja. Gab es vielleicht bei dir irgendein Ereignis, dass du dir diese Frage gestellt hast mit zwölf? Hast du irgendwas erlebt? Oder kam das ganz natürlich, dass du diesen Gottesbeweis anstellen wolltest zum Beispiel? Genau. Ich hatte eine, keine besonders gute Schulbiografie. Ich war an acht Schulen. Meine Mutter hat mich an acht Schulen untergebracht. Also unglaublich. Jedes Mal rausgerissen wieder. Ja. Und, äh, aber wie sie mich aus dem Heim geholt hat, hat sie zu mir gesagt, äh, du musst Studienrätin werden, weil ihre Freundinnen waren Studienrätinnen. Ja. Äh, äh, meine Patentante und, äh, noch andere Frauen waren Studienrätin und sie hat zu mir gesagt, ich muss Studienrätin werden. Das war für mich eine grauenvolle Vorstellung. Lehrerin um Himmels Willen fürchterlich. Also, das war das Schlimmste, was ich mir vorstellen konnte. Und, äh, dann, ähm, also Volksschule, Grundschule und auf dem Dorf und dann meinte sie, ich muss auf die Stadt und in der Stadt haben schon Buchrechnung gehabt. Da habe ich nur Sechser gehabt und habe mich dann mühsam wieder hochgerappelt. Und dann die fünfte Klasse Volksschule und dann erste Klasse Mittelschule. Und mit zwölf war ich endlich am Gymnasium, da war ich endlich an der Stelle, die sie eigentlich für mich vorgesehen hatte. Mhm. Vielleicht deshalb, weil ich endlich da angelangt war, wo ich sowieso schon immer hin sollte. Okay. Seit ich aus dem Heim rausgekommen war, sieben Jahre später. Das wäre schon ein bisschen untypisch aus meiner Sicht, weil ich finde, viele Menschen stellen sich diese Fragen, äh, wenn es irgendeine Krise gibt, wenn es einen Tod gibt, äh, in der, in der Verwandtschaft oder, äh, wenn es Krankheit gibt, also so größere existenzielle. Nein, die Fragen hatte ich immer, weil ich, äh, wenn du ohne, ohne Mutter aufwächst, nein, ich war immer in einer dauerexistenziellen Krise. Ja. Das, nein, nein, das war immer, 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 immer. Ja. Das, äh, die, das, das war nichts Spezielles. Im Gegenteil, also mit zwölf war ich endlich dort, wo ich eigentlich hin sollte. Nämlich ans Gymnasium, damit ich, äh, Lehrerin werden kann. Aber das ist jetzt, das ist ein Gedanke, den habe ich jetzt zum ersten Mal neu, weil ich mit dir drüber rede. Das ist jetzt, äh, für mich, äh, ich weiß nicht, ob es, äh, ob es, äh, belastenden, belastenden Fragen oder Nachfragen standhält. Okay. Wir haben ja schon ein bisschen darüber gesprochen, ähm, dass du an die Evolutionstheorie glaubst, von Darwin. Ja. Ähm, Survival of the fittest, ja, sozusagen. Es wurde ständig gewürfelt. Es war der Zufall am Werk. Und du sagst, dass über diese hunderte Millionen Jahre Entwicklung hat sich, haben sich verschiedene Lebensformen entwickelt. Die haben sich ihrer Atmosphäre angepasst. Und am Ende kam dann der Mensch dabei raus. Richtig? Ja. Und demgegenüber wird ja oft gestellt, äh, Kreationismus. Also, Kreationismus bedeutet, dass man an einen Schöpfungsakt glaubt, also in einer Extremform dargestellt. Ich halte jetzt nicht viel davon, aber, äh, es gibt eben evangelikale Christen, die sagen, das hat vor 6000 Jahren stattgefunden. Es ist in sechs Tagen geschehen. Seitdem existiert alles. Also, sie würden sogar wissenschaftliche Belege oder wissenschaftliche Forschung über die Entwicklung des Menschen oder der Menschheit ablehnen. Es gibt aber noch eine dritte Auffassung. Und zwar, es gab eine Evolution, die war aber geleitet und es gab einen, einen Plan, ein Ziel dieser Evolution und, äh, dieses, dieses Design, was stattgefunden hat, über hunderte Millionen von Jahre, war geplant, war in einem Bauplan festgehalten, sozusagen, der von Gott entworfen wurde. Ja. Das heißt, so eine Mischung aus beidem. Mhm. Ja. Ja, Bauplan, mit welchem, äh, mit welcher Zielform sind wir jetzt schon am Ziel? Ich sitze schon. Bist du unzufrieden damit? Äh, was, äh. Mit dem jetzigen Zustand? Also, mit meinem. Würdest du gerne fliegen können? Was bitte? Würdest du gerne fliegen können? Wie ein Vogel schon, ja. Also, mit dem Flugzeug nicht, das ist ja furchtbar, aber wie ein Vogel. Nein, aber das, äh, 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 also meinst du, dass wir jetzt schon die Zielform haben? Ja. Aha. Also, es kann noch weitergehen, also ich lehne das nicht ab, aber, dass der Mensch entstehen sollte, ja? Um Gott zu verherrlichen. Äh, um Gott zu suchen. ihn zu finden und ihm zu folgen, ja. Und seinem Plan zu entsprechen, ja. Ich denke nicht, dass es ein Ziel gibt, das denke ich nicht, weil das ist ja, äh, diese Auffassung von, ja, ich weiß es nicht, äh, Geschichte, ähm, äh, ja, dass wir auf ein Ziel hin steuern, dass es, äh, dass es, äh, dass es eine Form gibt, die idealtypisch ist, ähm, äh, nein, das glaube ich nicht, ich denke, dass es Gesetzmäßigkeiten gibt und, äh, die, äh, die werden angewandt auf immer neue, äh, Situationen und Umstände. Und dementsprechend formen sich dann auch die Organismen und, äh, passen sich an und dann kommt wieder eine neue Situation, man, 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 wieder eine neue Umweltsituation, man weiß ja, dass die Erde zum Beispiel sechsmal ein Schneeball war. Mhm. Und diese Prinzipien, die es gibt, dieses sich entwickeln, äh, Nervensystem, äh, also zumindestens bei, äh, bei, äh, wie sag ich, Kohlen, äh, bei uns, also, äh, bei Pflanzen, ich glaube, die haben keine Nervenbahnen, aber, äh, Tiere haben Nervenbahnen. Bei Pilzen weiß ich es nicht. Und, äh, ja, je nachdem, welche, äh, Situation gegeben wird durch die Erde oder die Nachbarn, die anderen Tiere oder was weiß ich, dass da immer, äh, neue, äh, Entwicklungen entstehen. So stelle ich mir das vor. Also, äh, ich habe nicht so ganz verstanden, was du damit sagen willst, weil, äh, ähm. Also, dass die Umgebung, der Kontext mindestens so wichtig ist, wie das Objekt oder Subjekt, was in diesem Kontext ist, das weiß man doch inzwischen, dass alles kontextabhängig ist, äh, von, von, von der Umgebung und wie ich reagiere und wie eine Nachricht aufgefasst ist. Ja, aber wie steht das im, im Widerspruch zu einem Glauben daran, dass alles ein Ziel hat? Also, auch dann, das, was du herangeführt hast mit der Eiszeit zum Beispiel. Ich frage mich, wo da jetzt der Widerspruch sein soll. Weil, hätte es die Eiszeit nicht gegeben und hätte es die, die, das Auftauen nicht gegeben, dann hätte es viele, ähm, sagen wir mal, Transformationen, was Erdschichten angeht, was, äh, Ressourcen angeht, die wir gefunden haben zum Beispiel, von denen, von denen wir, äh, Nutzen ziehen können. Hätte es nicht gegeben. Also, was ist da jetzt der Widerspruch? Das kommt von der Plattentektonik, äh, was du gerade sagst mit den Ressourcen. Nein, nein, auch Fluten haben dazu geführt, dass zum Beispiel Berge entstanden sind. Fluten? Ja, Fluten. Welche? Welche Berge ist das? Berge, ja, natürlich. Berge sind durch, ähm, Flussströme, durch, äh. Täler, Täler sind die Flussströme entstanden. Nein, 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 Berge sind auch, es haben sich, über Jahrmillionen von Jahren haben sich, durch Wasser, hat, hat sich Gestein verändert. Und was ich sagen will ist. Verändert, aber Wasser gräbt doch immer ein. Ja. Wasser, und was passiert dadurch? Wasser baut doch nicht auf. Ja, es entsteht ein Flustteil. Du kannst natürlich auch von einem Flustteil aus sagen, das ist ein Berg. Aber vielleicht war es mal eine Ebene. Ja, aber okay, dann erklär mir mal bitte, wie entsteht, also wann sagen wir dann, ab wann sagen wir, dass ein Berg ein Berg ist? Also, wenn alles in die Höhe ragen würde, würden wir das nicht Berg nennen, sondern wir, es gibt ein Tal und dann gibt es eine, eine sozusagen eine Erhöhung und dann nennen wir das die Erhöhung Berg. Also, das ist kein Widerspruch, aber ich will nochmal jetzt von dir wissen, wie kommst du darauf zu sagen, dass das irgendwie einen Widerspruch darstellt, wenn du sagst, es gab Eiszeiten und Nervenbahnen haben sich entwickelt, ich will den zusammenhören, gerne. Du meinst, die Eiszeiten sind von Gott geschaffen worden, oder wie? Wenn du das in einem größeren Plan siehst, ja, dass das sozusagen ein Effekt davon ist, dass es Temperaturen gibt, dass es verschiedene Klimazonen gibt, dass es interplanetare Entwicklungen gibt, die dazu führen können, dass auf der Erde Dinge passieren, ja? Ja, aber das sind alles Dinge, die kann man heute erklären, deshalb hat Nietzsche doch, ich weiß nicht, 18, 19, ich weiß nicht, 18, 80 sagt Gott ist tot, Gott sagt man doch immer, wenn man nichts weiß. Stimmt nicht, hat er nicht gesagt, sorry, Nietzsche wurde vollkommen falsch verstanden, Nietzsche hat gesagt, Gott ist tot, wir haben ihn getötet und wir wissen nicht, was wir getan haben, wenn wir ihn aus der Gleichung nehmen, Moment, ganz kurz, Nietzsche sagt, dass es eine große Gefahr darstellt, dass das Christentum mit den irrationalen Lehren dafür gesorgt hat, dass Gott gestorben ist. Die Christen haben Gott getötet, sagt er. Und was dadurch passiert, ist die Letztbegründung weggefallen. Jetzt gibt es nur noch ein Recht auf Rechtfertigung, sagt er. Jeder kann sagen, ich mache das, weil ich es will, ja? Und weil ich einen Nutzen darin sehe. Wenn jemand sagt, ich will meine Mutter töten, dann kann er das rational begründen und er könnte es bis zum letzten Punkt machen, wo er den größten Nutzen darin sieht. Aber was ihm dann fehlt, indem man Gott aus der Gleichung nimmt, ist die Letztbegründung. Und das ist, Gott will nicht, dass du das tust. Verstehst du? Und das ist Nietzsche. Nietzsche wird ganz oft falsch verstanden, aber jetzt kannst du deinen Punkt ausführen. Die Mutter wird dem eins überziehen und sagen, stopp, hello, was ist denn das hier für ein Bild, was du bringst? Also, glaubst du nicht, aber glaubst du, das ist nicht mein Bild, das ist Nietzsche, du hast Nietzsche falsch verstanden. Der spricht davon, dass ein Sohn seine Mutter tötet. Der sagt, nein, man kann nie, du hast mich nicht verstanden, man kann jemanden, der seine Mutter töten möchte. Ja, wie kommst du jetzt auf das Beispiel schon überhaupt? Du hast von Gott ist tot gesprochen und hast gesagt, Nietzsche hat behauptet, Gott sei tot. Das hat er doch schon gesagt. Das hast du so gesagt, als hätte er ein Urteil gefällt. Das stimmt gar nicht. Es war eine Zustandsbeschreibung der damaligen Zeit und eine Kritik am Christentum. Meiner Meinung nach war es die Akzeptanz der Naturwissenschaften, dass die ganzen Wunder alle inzwischen aufgeklärt sind. So fasse ich das auf. Ja, richtig. Aber trotzdem sieht er darin eine Gefahr. Ja, das ist ja wieder was anderes. Da müssen wir nicht drüber reden, dass das natürlich eine Gefahr ist. Aber früher hat man doch nichts gewusst und hat alles gesagt, das ist Gott. Und die Welt ist ja entzaubert, das ist ja das Problem. Ja, das ist keine... Sie ist vermessen. Ja, man hat sie gemessen, man hat sie berechnet, aber sie ist nicht entzaubert. Das würdest du eigentlich auch nicht sagen, wie ich dich kenne. Du siehst ja sehr viel Zauber um dich herum, sie ist ja sehr viel Magie. Die Frage ist... Ja, aber die Dinge, da müssten wir mal drüber reden. Über Zauber, Magie und diese ganzen Dinge. Und das führe ich alles zurück. Das ist alles auch erklärbar. 100 Prozent. Aber das ist wiederum für mich kein Widerspruch. Nur weil du Dinge erklären kannst und beschreiben kannst und vielleicht berechnen kannst, heißt das nicht, dass du sagen kannst, woher sie kommen. Auch wenn du von bestimmten Naturphänomenen sprichst. Das ist richtig. Du kannst immer sagen, ja, das ist zurückzuführen auf die und die Begebenheit, die naturwissenschaftlich stattgefunden hat. Aber was war der Auslöser? Das ist richtig. Das kann man immer sagen. Ja, natürlich, das ist so ein Trick. Also die Dinge hinter den Dingen, also warum es... Das ist kein Trick, sondern das ist die Realität. Also wenn es... Das ist die Realität. Du kannst nicht einfach sagen, dass es ein Trick ist. Ja, das fragen doch Kinder immer ja. Und warum? Und dann sagt die Mutter was und dann wird wieder warum gesagt und dann sagt die Mutter wieder was. Du kannst es... Genau, und du willst, dass man die Frage nicht stellt oder was ist denn jetzt dein Ziel? Ich sag nur, das ist ein bisschen, also finde ich, das ist so ein Kindertrick. Okay, ein Kindertrick, also das heißt, ein Kind soll die... Aber es ist doch gut, ein Kind zu sein, oder? Also neugierig zu sein, wie ein Kind. Ja, genau, genau, genau. Also das Kind soll die Frage nicht stellen? Natürlich, aber ich erkläre mal weiter. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo ich jetzt reden darf. Bitte. Nämlich, dass ich rede von Schwingungen, ich rede von Telepathie, ich rede von Dingen, die sich entwickeln und wo du denkst, das war geplant gewesen. Also ich erlebe wirklich Dinge, wo ich denke, ich kann dir was sagen jetzt, also ich bin völlig erstaunt, wo ich, wenn ich so gerne magisch denken würde, ich finde, dass du magisch denkst, magisches Denken, das ist so, ja, an Wunderglauben und so. Also ich bin da extrem trocken und nüchtern und sage, nee, 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 so war das nicht. Ja, weil du glaubst, dass du die Dinge verstanden hast anscheinend. Ja, aber die Dinge hinter den Dingen weiß ich nicht. Aber sorry, das ist auch eine Unterstellung. Ich weiß nicht, woher der... Das ist eine Unterstellung, dass du sagst, ich glaube an, oder ich würde Wunderglauben. Ja, das ist eine Zuschreibung, die vielleicht nichts betrifft, dann nehme ich sie wieder zurück, okay. Also ich finde, das ist ein bisschen magisches Denken und die Dinge hinter den Dingen, also ich weiß nicht, wie der erste Ton entstanden ist, ich weiß nicht, wie die erste Frequenz entstanden ist. Das ist natürlich eine Sache, die ich nicht sagen kann, aber alles, was ab da kommt, ist für mich, baut aufeinander auf und ist logisch nachvollziehbar und ist die Folge von... Ja, richtig. Boah. Richtig. Du nennst das, du würdest am Ende sagen... Achso, du siehst es auch so. Ich sehe es genauso. Na, wunderbar. Ja, sogar wenn wir von Wunder sprechen, würde ich sagen, sogar die sind erklärbar. Also ich glaube an Wunder, aber nicht sozusagen in deiner Definition. Ich habe wirklich absolute Wunder erlebt. Das ist, was ich am Anfang gesagt hatte, du neigst dazu, so zu denken, aber dann gehst du immer wieder zurück auf, was sagt jetzt mein Kopf dazu, ja. Geht das in meine Logik rein und dann sagst du, nee, ich glaube, dass es eher Zufall ist. Wenn du darauf so reagierst, wenn ich Fragen stelle und sage, wo kam das her, dann sagst du, ja, das ist etwas Kindliches, das ist ein Trick, dann sage ich sozusagen als Entgegnung, das, was du machst, ist eine gewisse Faulheit steckt dahinter. Einfach ab einem gewissen Punkt nicht mehr zu fragen, sondern zu sagen, das war einfach schon immer so. Das ist unendlich, das Universum ist einfach unendlich, es gab keinen Anfang. Ja, ich bin ein bisschen oberflächlich, das gebe ich zu. Nein, nicht oberflächlich, aber ein bisschen ab einem Punkt. Doch, ich mache nicht immer so bohren. Okay. Es muss ja nicht so sein, wenn ich sage. Ja, aber da haben wir wieder Lehrerin, Journalist, siehst du? Nämlich? Ja, du kriegst ein Curriculum, okay, du kriegst Stoff, Lernstoff und du vermittelst das. Ja. Und ich würde, ich könnte das gar nicht. Aufhören zu bohren. Ja, ich würde erst mal mich selber vergewissern wollen, ob das, was ich vermittle, ob das, ja, der Recherche standhält. Ah, das ist interessant. Du hättest gar nicht Lehrer werden können. Nee, nee. Nicht? Nee, nee. Ist ja interessant. Also, vielleicht pädagogisch gesehen könnte ich das, aber es wäre schwer für mich auf Dauer nur Lehrer. Oh Gott, du hättest die ganzen Schulbücher hinterfragt. Ja, genau. Oh Gott, da wärst du aber nicht weitergekommen. Nee. Du kriegst die Sachen vorgesetzt, das ist richtig. Ja. Aber vielleicht sage ich mal ganz kurz sozusagen, wie ich mir das vorstelle und dann würde mich interessieren, was du dazu sagst. Wie du dir was bezüglich was? Ach so. Ja, Gottes Vorstellung. Ach so. Was ist das eigentlich? Also nicht davon zu sprechen, was sind die Eigenschaften von Gott, weil das ist einfach, zu sagen, ja, er ist allmächtig und er ist barmherzig und so weiter, sondern was ist Gott eigentlich? Und du meinst sein Wesen, oder was? Ja. Das Wesen Gottes. Ja. Also, kann sich das menschliche Gehirn das vorstellen? Ich glaube nicht. Man kann nur Beispiele geben oder irgendwelche Beispiele heranziehen, um das vielleicht im Ansatz vermitteln zu können, aber laut meiner religiösen Auffassung stellt sich Gott vor als ein Licht, eine Kraft, eine Energie, die keinen Ort hat, ein Wesen, das kein Geschlecht hat, die Ursache aller Ursachen. Also da, wo dein Kopf sagt, ich weiß nicht, was davor kam, weil ich hab dich ja immer wieder gefragt, weißt du noch, ich hab dich zu Beginn immer wieder gefragt, was war davor, was war davor, was war davor? Natürlich. Und irgendwo geht's nicht mehr weiter. Und da würde ich sagen, ist Gott, wo auch immer du endest, ob das die Balken sind, von denen du gesprochen hast, oder ob das irgendwelche Moleküle sind, irgendwo am Ende dieser Kette steht Gott. Frequenzen, wenn Frequenz, es geht los mit Frequenz, also mit Schwingung. Genau, der Sender dieses Tons, von wo aus es ausgeht, da ist Gott. Oder das ist Gott. Wo kommt der denn dann her? Muss ich schon wieder fragen. Genau, danke, dass du mich fragst. Hallöchen. Ja, danke, dass du fragst, das ist auch eine wichtige Frage. Ich glaube, dass alles, was ein Ende hat, alles, was ein Anfang hat und ein Ende hat, muss von etwas geschaffen sein, was unendlich ist. Unendlichkeit kann Endlichkeit erschaffen, nichts anderes. Also du meinst ja dann, dass Gott unendlich ist. Gott ist unendlich. Dass es das Unendliche ist, okay. Ja, also im Prinzip, sag ich doch. Ja, aber nicht nur eine Theorie, sondern eben jemand, der auch wirkt. Unendlichkeit, ja. Der lebendig ist. Unendlichkeit, ja, das ist ja, Unendlichkeit ist toll. Unendlichkeit kannst du ja leicht nachstellen. Nimm einen Spiegel, stell dich vor den Spiegel, aber nicht, genau, du nimmst einen großen Spiegel selber und stellst dich vor einen großen Spiegel, aber mit dem Rücken. Und dann guckst du in den Spiegel, den du selber hältst und fixierst den Spiegel hinter dir und dann entsteht eine Flucht von Spiegeln, es macht eine Biegung, hast du das schon erlebt? Ja, ja, ja. Macht eine Biegung und das ist, das geht ja ins Unendliche, aber es ist physikalisch erklärbar, mein Lieber. Ja, und das ist genau. Ist das dann Gott? Nein, der Punkt ist, physikalisch kannst du sehr viel erklären und nur weil du das Ende einer Sache nicht siehst. Nein, ich kann es schaffen. Ich habe Unendlichkeit erschaffen mit dem Spiegel. Ja, Moment, ja, warte doch mal, eine Frage hätte ich dazu. Habe ich Gott erschaffen? Darf ich dir eine Frage stellen? Ja, aber ich finde es jetzt toll. Ja, aber schön. Habe Gott erschaffen. Es ist schön, dass du es schön findest, aber du musst trotzdem eine Frage hören. Nur weil du das Ende nicht siehst in diesem Spiegel, heißt es, dass es die Unendlichkeit ist? Ja, also prinzipiell ist es die Unendlichkeit. Aber das zeigt eigentlich, dass du viel mehr darauf baust, was du mit deinen Sinnen begreifen kannst. Alles andere ist für dich. Nein, nein, das ist ein Gedanke. Kann man es berechnen? Dieses Experiment, kann man das berechnen? Kann man sagen, das ist Unendlichkeit? Es gibt ja in Mathe die liegende Acht, das Unendliche, natürlich, selbstverständlich. Die liegende Acht ist ein Symbol, es symbolisiert die Unendlichkeit, aber wir wissen nicht, was es ist. Ja, aber rein logisch, wenn du in den Spiegel guckst, mit dem Spiegel vor dir und hinter dir, es hört nie auf. Genau, nach deiner Logik und nach deinem begrenzten Sehen, Sehvermögen. Na, Sehen tue ich ja sowieso nur 10, 20 Mal. Der Rest verschwimmt ja dann, aber das heißt ja nicht, dass es nicht ist. Ja. Es ist ja trotzdem. Ja, es ist für dich Unendlichkeit, für den Menschen ist es Unendlichkeit, aber es ist die Frage, was ist Unendlichkeit? Und da frage ich dich, hast du Gott erschaffen? Wenn du Gott erschaffen hast, heißt es dann… Nein, wenn deine Definition von Gott Unendlichkeit ist, nur unter der Voraussetzung. Gott ist Unendlichkeit, ja. Ja gut, das ist eine Eigenschaft, okay. Ja, genau. Es ist wahrscheinlich zu wenig, also müssen wir mehrere zusammentun. Ja. Muss ich mehrere Dinge können, als mit dem Spiegel vor dem Spiegel stehen? Okay, dann machen wir da weiter, ja. Also, wenn er die Ursache aller Ursachen ist, ist er nicht nur etwas, was in der Theorie als Prinzip existiert, sondern er wirkt ja auch. Er ist ja ständig am Erschaffen, ja, und… Das sind eigentlich die Frauen, muss ich jetzt sagen. Was sind die Frauen? Die schöpfen ständig, die erschaffen ständig. Ob eine Baummutter ein Baumbaby kriegt oder eine Schildkrötenmutter ein Schildkrötenbaby oder eine Menschenmutter ein Menschenbaby. Das Schöpferische, das Erschaffen, das sind Frauen. Ja, bis zu einem gewissen Grad. Sie können nicht in uns Endliche erschaffen. Erschaffst du noch? Ja, natürlich. Okay, was denn? Ein Ideenkonzept. Sehr gut, ja, das können Menschen, ja, richtig. Menschen, ohne Geschlecht. Nein, Menschen nicht. Ich rede von einer, von der Unendlichkeit zusammen mit der schöpferischen Fähigkeit. Und da kannst du nicht sagen, Frauen sind unendlich. Doch. Okay, bitte. Die Vicky habe ich geschaffen und meine Tochter habe ich geschaffen, mein Sohn habe ich geschaffen. Die haben Kinder geschaffen. Es geht ins Unendliche. Ja, genau, und das ist perfekt, dass du das sagst, weil jetzt, das ist wieder deine Definition von Unendlichkeit, die du nicht selber sehen kannst. Du weißt nicht, wann es enden wird. Es kann ja sein, dass irgendwann nur noch Männer geboren werden. Was dann? Ja, ja, das ist einfach. Oh mein Gott, Männer. Dass die Generation abbricht. Nein, nein, dass die Generation abbricht. Bloß keine Männer. Oh nein, 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 das ist nicht das Thema jetzt, aber. Nee, aber was ich sagen will, ist, das ist unendlich. Also du meinst, Gott hat Überblick über seine Unendlichkeit. Im Gegensatz zu mir. Im Spiegel kann ich das nicht sehen, bei meinen Nachkommen kann ich das nicht sehen. Du wirst ja nicht sagen, dass du Gott bist. Du musst das ja nicht übersehen. Es war nur eine Entgegnung darauf, dass du gesagt hast, ja, aber das ist eben die Frau. Die Frau erschafft unendlich. Ich habe unendlich erschaffen. Ich erschaffe immer noch, indem immer weiter sozusagen Nachwuchs kommt. Ich sage, das ist deine, wieder wie das Beispiel vom Spiegel, du siehst oder du nimmst an, trotz deines begrenzten Sehvermögens, das ist Unendlichkeit. Aber du kannst nicht sagen, ob das Unendlichkeit ist. Weil ich sage, eine Eigenschaft. Im Gegenteil ist auch nicht bewiesen. Ja. Muss ich jetzt mal sagen, ja. Ja, aber das kann man eben immer sagen. Sorry, du kannst es auch nicht beweisen. Was denn? Was genau? Dass ich nicht die Unendlichkeit sehe. Du nimmst es nur an, oder? Ach so, du kannst die sehen. Dann sag doch, dass du die sehen kannst. Nein, ich kann es nicht sehen. Ah ja. Nein, aber du kannst mir nicht beweisen, dass ich es nicht sehen kann. Doch. Und dass es nicht die Unendlichkeit ist. Du hast vorhin gesagt, dass du das nicht ins Unendliche hinein... Ja, ja, weil ich so nett bin. Mein Gott. Du bist nett, aber das heißt, eigentlich siehst du es? Du willst sagen, im Spiegel siehst du die Unendlichkeit? Mir geht es ums Prinzip. Aha. Und wenn das Prinzip da ist, die Flucht entsteht ins was weiß ich, ja natürlich geht es ins Unendliche. Das hat dann irgendwas mit Lichtstrahlen, mit Photonen zu tun, die dann nicht mehr wirken oder nicht mehr auf mein Auge treffen. Ja. Aber vom Prinzip her ist es natürlich die Unendlichkeit, sage ich. Ja, das ist deine Theorie. Ja genau, aber du kannst sie nicht widerlegen. Nein, ich frage dich. Genau, genau. Ich will ja gar nichts widerlegen, sondern ich frage dich. Und du hast zu mir gesagt, ich sehe sie nicht. Trotzdem nehme ich an, dass es unendlich ist. Ja, ja, eben. Ja. Der Spiegel ist ja auch von der Fläche her nicht unendlich. Das heißt, irgendwo muss es enden. Zum Beispiel, ja. Irgendwo muss es enden. Ja, ja, ja. Aber, also was ich eben, wir reden jetzt von der Unendlichkeit, das ist wirklich das Geheimnisvollste, was es gibt, ja. Unendlichkeit. Und zwar breiten wir das doch bitte auf unsere Galaxie aus, breiten wir das auf den Kosmos auf. Und offensichtlich ist es ja nur ein winziger Ausschnitt, von dem wir überhaupt reden. Genau. Also da, da explodiert mein Hirn oder da fällt mein Gehirn zusammen, weil da fehlt es mir an Vorstellungskraft. Und das ist eine solche Unendlichkeit, dass ich einfach ja niederknien will. Es ist so unfassbar diese, ich verstehe es nicht mehr, ich verstehe es nicht mehr. Da fällt mir ein Vers aus dem Koran an, wo genau das gesagt wird, dass der Mensch wird aufgefordert, sich ganz intensiv mit der Natur auseinanderzusetzen. Es gibt 750 Verse im Koran, die sagen, schau auf die Natur, setz deine Vernunft ein, denk darüber nach, was da eigentlich passiert. Und je öfter du darüber nachdenken wirst und je mehr du versuchen wirst, über deine Grenzen hinauszugehen, du wirst erlahmen und du wirst deinen Blick wieder abwenden, dann wirst du es wieder versuchen. Du wirst es nicht schaffen, dein Gehirn wird es nicht schaffen, zu erfassen, was das ist. Jetzt sage ich dir was. Und ich kann es nicht und dann entsteht in mir ein Gefühl der Demut. Ja. Ja. Das mit dem Niederknien ist ernst gemeint. Ich kapituliere. Ich gebe auf, ich gebe auf, ich gebe mich geschlagen aus dem Haus. Ja, ich verstehe das, wenn du dann mit einem wissenschaftlichen Konzept oder mit einem Prinzip oder, wie kann man das nennen, mit einer Gesetzmäßigkeit versuchst, die Dinge zu erklären und dann sagst, das ist Entzauberung, die da stattgefunden hat. Es ist die Entzauberung der Welt, die Naturwissenschaft hat, das entzaubert die Welt. Welche Sache. Also nicht das persönliche Fühlen und nicht das private, aber. Und aus meiner Sicht ist das aber alles. Das Wahrnehmen, das Erleben ist viel wichtiger als das Beschreiben von einer Sache. Ja, aber nehmen wir doch ein einfaches Beispiel, Sonnenfinsternis. Heute kann man sie beschreiben und Priester haben jahrtausendelang wahnsinnig Macht gehabt, wenn sie sie vorhersagen konnten, vorher berechnen konnten, dann waren sie allmächtig. Und man hat das den Göttern zugeschrieben und die Priester konnten es aber berechnen. Ja. Die wussten, dass es eben kein Gott ist, sondern. Ja, aber das war eben Manipulation. Das war wieder erstes Thema Rattenfängertum. Man hat die Unwissenheit der Menschen ausgenutzt und hat denen von irgendwelchen Wundermärchen erzählt. Das ist im 19. Jahrhundert, diese Explosion der Naturwissenschaften, die hat das eben mit allen geteilt und allen mitgeteilt und dann hat die Manipulation aufgehört und dadurch ist dann die Welt entzaubert worden. Ja, okay, wenn du meinst. So. Ja, es ist die Frage, was man als Entzauberung sieht, also dass man solchen Leuten, die andere manipuliert haben durch Märchengeschichten oder irgendwelche Fake-Wundergeschichten, Jesus lief über Wasser oder was auch, da gibt es ja zig Sachen, er hat Tode zum Leben erweckt und so weiter, das aus meiner Sicht wurde das ganz gezielt genutzt durch die Kirche, um Leute anzuwerben, zu rekrutieren. Also man hat dann, also das beste Beispiel ist dieser Glaube an die Dreieinigkeit. Also man ist nach Afrika gegangen und da haben die Leute an, keine Ahnung, wie viele Götter geglaubt und denen konnte man nicht erzählen, dass es nur einen Gott gibt. Dann hat man gesagt, nee, es gibt drei und drei ist eins und brauchen wir den Glauben daran, dass es etwas Höheres gibt als wir selbst? Ob wir den Glauben daran brauchen? Ja, dass es etwas Höheres gibt als wir selbst? Würdest du sagen, ja? Egal wie du es nennst, also dass du sagst. Es ist schön, natürlich ist es schön, etwas Höheres zu haben, etwas Größeres. Es ist schön. Ja, natürlich ist es schön. Wir sind ja religiös veranlagt, wir wollen ja beten, wir wollen ja knien, wir wollen ja diese ganzen Handlungen, diese schönen, liebevollen Dinge tun, das ist so schön. Ja, das ist schön, aber kein Beleg oder Beweis dafür, Indiz dafür, dass das vielleicht zu uns gehört, dass wir dazu veranlagt sind. Du müsstest jetzt sagen, kein Beweis dafür, dass es Gott gibt, finde ich. Dass es kein Beweis dafür, dass es Gott gibt? Ja, dass wir diese Anlage haben. Okay, aber könnte man das nicht auch genau umgekehrt deuten, sagen, weil wir so veranlagt sind, hat Gott das in uns gesetzt, dass wir danach suchen, danach streben? Könnte man doch. Ich weiß es nicht, ich habe jetzt ein Problem, merke ich. Also wenn ich immer so von den letzten Ursachen, also die Dinge, die hinter den Sachen sind, also ich finde, dass wir wahnsinnig komplex sind als Menschen. Also guck mal, ich habe schon wieder, muss ich sagen, nicht so ganz verstanden, was dein Argument jetzt ist, wenn du sagst, es ist alles so komplex und nee, das kann nichts Höheres geben. Und jetzt sagen wir, und jetzt sage ich, Gott ist mir zu, das ist zu, wie sagt man, zu menschenähnlich irgendwie. Ich rede von einem Prinzip, das es gibt, ein Prinzip hinter den Ursachen. Aber das, genau, und das Prinzip ist sehr einfach. Also wenn es einen Gott geben soll, und der ist so einfach gestrickt. Das ist deine eigene Definition. Ursache hinter den Ursachen. Oh Gott, dann ist der noch komplexer als wir? Ja, nur etwas, das ist überaus komplex. Das kann so etwas komplexes wie uns erschaffen. Ist doch klar. Aber da gibt es jetzt nichts weit und breit. Also das, sagen wir mal, das Geheimnisvollste, was ich kenne, sind Frequenzenschwingungen. Ja, weil du sie messen kannst. Deswegen glaubst du ja an sie, sonst würdest du ja auch nicht daran glauben, oder? Naja, man spürt sie ja auch. Man spürt sie ja auch. Ja, also dann kann das mit dem Prinzip, dann ist das falsch, muss ich sagen. Wenn ich das mit dem Prinzip falsch, geht dann nicht. Weil das sind ja ganz einfache Dinge, die ich dann sage. Frequenz und Schwerkraft und ich weiß es nicht. Das geht ja nicht. Das kann ja dann nicht Gott sein. Ich verstehe. Deshalb glaube ich doch nicht an einen Gott. Genau. Ich habe die Argumentation nicht verstanden. Du sagst, es gibt Frequenzen, es gibt Schwingungen und so weiter. Und deswegen gibt es keinen Gott? Es gibt ein Prinzip, das uns sich entwickeln lässt. Ja. Immer höher, immer höher, immer komplexer, harmonisch schön. Die Natur ist ja unglaublich schön. Also unglaublich, auch die Tiere und so verrückt sie ausschauen. Es passt immer, es stimmt immer. Ja. Es stimmt immer, die Proportion stimmt immer. Ganz eigenartig, obwohl sie sagt, was ist denn das? Aber in ihrer Art stimmt dieses Tier, in seiner Art. Und also das, nein, ich glaube eben nicht an Gott. Genau, ich glaube nicht an Gott. Das ist wieder kein Widerspruch. Es ist kein Widerspruch zu irgendetwas, sondern das besteht dir einfach nur, wenn du etwas Hochkomplexes vor dir hast. Sagen wir mal, da ist eine Uhr, die du findest. Und die ist hochkomplex, alles ist miteinander verzahnt und es funktioniert. Das ist nur ein Beispiel. Dann gehst du davon aus, dass es jemand zusammengesetzt hat, der wirklich genial ist. Der muss schon genial sein, der das gebaut hat. Nee, das hat ein Mensch zusammengesetzt. Okay. Und der Mensch ist entstanden aus Evolution. Genau. Von Einfachem zum Komplexen. Richtig. Es ging jetzt gerade nur um das Prinzip der Erschaffung. Es ging jetzt nicht darum zu sagen, ja, woher kommt die Uhr? Sondern ich rede jetzt darüber etwas Hochkomplexes, wie du hast gesagt, ein Tier, du schaust dir an und sagst, da passt alles. Ja? Es ist irgendwie alles miteinander aufeinander abgestimmt und dann hast du sogar sozusagen in der gesamten Tierwelt, in der gesamten Nahrungskette und dann hast du das irgendwie planetarisch sogar. Alles passt irgendwie. Wie kann das sein? Und dann kannst du entweder aus meiner Sicht faul sein und sagen, das war schon immer da. Nein, nein. Oder? Du sagst, vielleicht könnte es jemanden geben. Und das ist ja eigentlich ein Agnostiker. Vielleicht. Weiß ich nicht. Ich kann es nicht sagen. Vielleicht. Und ich sage, ich gehe dann ein Stück weiter. Ich sage, okay, mit meinem Kopf komme ich so weit, dass ich sage, es müsste einen geben. Es müsste einen Erschaffer geben. Es müsste einen Gott geben. Aber ich kann allein mit meinen wissenschaftlichen Methoden kann ich nicht zu dem Punkt kommen, zu sagen, es gibt ihn zu 100 Prozent. Sondern da sage ich, ja, man muss subjektive Erfahrungen machen. Man muss persönliche Erfahrungen machen. Man muss mit ihm in Beziehung treten. Das halte ich für alles für Autosuggestion, was da passiert. Ja, wieder erklärst du etwas mit wissenschaftlichen Methoden. Aber das ist eine Behauptung, eine Annahme. Das ist deine Perspektive. Und das ist ja okay. Ja, natürlich. Deswegen sitzen wir hier. Ja, ja. Also wenn Gott schon so ein Komplexer, also dann müsste er noch viel komplexer sein als wir, oder was? Ja. Wenn er uns erschaffen hat? Also es gibt viele Fragen, die Menschen stellen, um den Glauben an Gott auf den Prüfstand zu stellen. Ich war oft solchen Fragen ausgesetzt. Und es gab eine Frage, da war einer ganz schlau und hat mir die Frage gestellt. Es war so ein Gedankenspiel. Und er hat zu mir gesagt, du sagst, dass Gott allmächtig ist. Kann Gott einen Stein erschaffen, den er selber nicht tragen kann? Dann habe ich so ganz kurz darüber nachgedacht. Dann habe ich gesagt, wie blöd ist diese Frage. Aber wie kann ich ihm das klar machen? Wir waren am Telefon. Das ist ein ganz kluger Kopf, der mir diese Frage gestellt hat. Da habe ich gesagt, okay, über welches Beispiel könnte ich ihm das erklären, was so nah an ihm dran ist, dass er es kapiert. Okay, stell dir vor, du bist der Programmierer eines Videospiels und du kannst Welten erschaffen. Du bist wirklich Gott in diesem Spiel. Und dann kommt jemand zu dir, kommt so über die Schulter, guckt da so drauf und dann sagt er, du bist ja so ein kluger Typ, du kannst ja so viel. Aber kannst du in dem Spiel einen Stein erschaffen, den du nicht tragen kannst? Da war der erst mal ruhig. Der konnte nichts sagen dazu. Weil er hat sofort verstanden, was ich damit meine. Und zwar, das ist ein Mensch, der hat sich über bestimmte Methoden auf seinem Computer, hat er sich etwas angeeignet, Welten zu erschaffen. Dann macht er das, ja. Aber er ist ja viel größer als das, was da entworfen wurde. Er ist ja viel komplexer als das, was da erschaffen wurde. Das heißt, es ist eine völlig blöde Frage aus meiner Sicht, weil der Programmierer, geht über die Dimensionen dieses Spiels hinaus viel größer als das. Deswegen fand ich diese Frage absolut absurd und er war damit, er war baff. Und solche Fragen gibt es ja häufiger. Und einer der wichtigsten Fragen aus meiner Sicht, mit denen sich viele, viele Menschen beschäftigen, ist die Frage, wie kann Gott Leid zulassen? Da, wirklich da, an dieser Frage verzweifeln sehr viele Menschen, die sagen, es kann kein Gott, liebenden Gott geben, kein allmächtigen Gott geben, wenn er zulässt zum Beispiel das Kinderleiden. Ja, ja, ja. Wie würdest du das aus deiner Sicht, also warum haben wir Leid auf der Welt, wie würdest du das beantworten? Also ich habe sehr viel Leid erfahren, aber aus heutiger Sicht war das alles selber gemacht. Das waren alles Reinszenierungen aus der Kindheit. Ich meine, ich rede jetzt nicht von Krieg, das ist was anderes. Da muss man unter der Dien bleiben, unter dem Radar. Da muss man schon irgendwie durch, irgendwie arm zu und durch. Ja, wobei ich zugebe, dass es im Moment ganz besonders schlimm ist und es für die Leute kommt, trotzdem die Möglichkeit unter dem Radar zu bleiben. Aber das, also ich meine, es ist Kriegsleid oder sagen wir, wenn ein Vulkan ausbricht oder wenn ein Erdweben kommt. Aber das, das ist halt die Erde, das ist Plattentektonik, da kann man nichts dafür, falsche Zeit, falscher Ort geben. Ja. Das ist dann wirklich Pech. Ja. Also Pech gibt es. Ja. Und Kriege gibt es auch, aber der Rest ist alles selber gemacht, alles neurotisch, Reinszenierung. Krankheiten auch? Natürlich sind Krankheiten selber gemacht. Ja. Natürlich sind Krankheiten selber gemacht. Der Körper ist sehr intelligent, also deine Psyche, die, die entwickelt die Krankheit und die, so wie du sie anstellst, kannst du sie auch wieder abstellen. Und wenn man das jetzt übertragen würde auf die Frage, warum Kinder leiden, könnte man ja genauso sagen, also wenn es irgendwelche Defekte sind oder Krankheiten sind, dann spielt ja auch eine Rolle. Zum Beispiel, genau. Zum Beispiel, dass es vererbt ist, ja. Oder das eine kann Vererbung sein, das andere kann sein, man während der Schwangerschaft geraucht oder Alkohol getrunken oder was auch immer. Kann auch ein Grund sein, also es kann auch ein Fehler sein oder eine Schwäche oder was auch immer, was die Eltern hatten oder die Vorfahren. Das ist das eine. Das andere ist, dass beispielsweise Missbrauchserfahrungen, ja, was sind das denn für Menschen, die zu Tätern werden? Also du würdest schon sagen, genau, ja. Und wo hat das angefangen? Für dich gibt es ja keine Entität oder kein Wesen, was du anklagen könntest. Und deswegen sagst du... Genau, genau. Ich sage, ich bin das Opfer. Und du würdest ja auch nicht sagen, und deswegen ist vielleicht für dich diese Frage so befremdlich, wenn Leute sagen, warum lässt Gott zu, dass Kinder leiden, weil du sagst, ja, Gott existiert ja gar nicht. Also wenn Gott nicht existiert, gibt es keinen, den ich anklagen kann. Das heißt, wir sind selber schuld. Ja, und dann hast du noch davon gesprochen, dass es durchaus sein kann, dass man zur ferschen Zeit am falschen Ort ist und irgendwie Vulkanausbruch, genau, Pech. Ja, würde ich auch sagen. Also aus meinem religiösen Weltbild heraus gibt es auch Zufälle und es gibt auch Pech. Ja, ja. Ja, und nahezu alles ist, nahezu alles ist menschgemacht. Ja, also, ja. Ja. Für mich gibt... Nee, das ist Theodizie, Rechtfertigung Gottes. Ja, und jetzt kommt aber Gott ins Spiel. Ich glaube, dass, weil er uns den freien Willen gegeben hat und auch die Fähigkeit, selbst zu unterscheiden oder selbst sich dafür zu entscheiden oder uns die Entscheidung gegeben hat, ob wir nun gut sind oder böse sind, anderen Menschen Schaden zufügen oder ihnen Gutes tun. Ich weiß, für dich gibt es auch nicht mal Gut und Böse. Für dich gibt es... Was gibt es denn denn für dich? Achso, warum hast du deine Augen verrollt? Oder ist es einfach... Das Prinzip von mir aus, was auch immer du sagen willst. Also, von Natur aus haben wir die Fähigkeit, ja. Wir können entscheiden, ob wir jemandem Schaden zufügen und dieses Leid, was dann entsteht, ist oft dadurch, wenn wir von Missbrauch sprechen, Menschen haben sich dazu entschieden, ihre eigenen Interessen über die anderer zu stellen und sich selbst als hörwertig anzusehen. Ah, erzähl. Das ist ja ein patriarchaler Trick. Ich käme mir auf die Idee, jemandem zu schaden. Schon diese Argumentation. Gott hat mich damit ausgestattet, dass ich gut oder böse sein kann. Was ist denn das für eine Idee? Erklär das mal. Ich rüge. Ich käme nicht auf jemandem zu schaden. Ich versuche immer... Fass ein... Also, sorry, das ist Selbstbetrug. Das ist absoluter Selbstbetrug. Du hast noch nie jemandem geschadet? In deinem Leben? Hast du nie jemandem geschadet? Willst du es wirklich sagen? Pfff, also sorry, das geht nicht. Es ist ja unfassbar. Okay. Du glaubst, du hast noch nie jemandem geschadet? Gibt es niemanden, der... Ich bin natürlich nicht... Ich gucke, wieso? Was soll das für einen Sinn haben, dass ich jemandem schade? Kannst du mir das erklären? Was soll das? Frag ich dich jetzt wirklich. Was soll das? Ich frag dich das wie... Also... Das ärgert mich jetzt... Okay, aber ich frage... Du soll ich jemandem schaden? Wozu? Also, Menschen sind komplex. Menschen können sich selbst einreden, dass es jetzt notwendig ist, um... Damit ich zum Beispiel mein Überleben sichere, werde ich jemand anderen... Verstehst du? Da gibt es so viele Erklärungsmuster. Der Mensch kann vor sich selbst alles rechtfertigen, wenn er keine moralische Fremdverpflichtung hat. Nein, wozu? Ich verstehe es gar nicht. In der Situation bin ich gar nicht. Ich bin aufgewachsen. Ich war in der Schule. Die hat nichts gekostet. Wissen gekriegt. Dann habe ich studiert. Das hat auch nichts gekostet. Und dann war ich Lehrerin und habe Geld bekommen. Wozu soll ich irgendjemandem schaden? Ich verstehe das nicht. Okay, dann ist es doch gut. Also, wenn du es wirklich geschafft hast, mehr als 70 Jahre auf dieser Erde zu sein und niemandem zu schaden, das ist wirklich gut. Ja, ich... Ich finde das so unlogisch. Nee, du hast es völlig falsch verstanden und hast es persönlich genommen, wenn ich sage, dass jeder die... Du hättest trotzdem die Fähigkeit, jemandem zu schaden. Die hast du immer. Du könntest jetzt aufstehen. Es geht... Nein, sorry. Du könntest jetzt aufstehen. Sorry. Du könntest jetzt aufstehen. Und es liegt in... Darum geht es. Es geht um das Prinzip. Du hast die Möglichkeit. Du hast sozusagen... In diesen 70 Jahren hattest du immer die Möglichkeit, etwas zu tun, um anderen Menschen zu schaden. Du hast es nicht getan. Das ist super. Aber du hättest es tun können. Du könntest ein Messer nehmen. Es geht nur um die Potenzialität. Verstehst du das? Du könntest ein Messer nehmen. Nein. Ausreden. Deshalb habe ich die Augen verdreht. Genau deshalb rolle ich... Ausreden? Was für Ausreden? Das ist keine Ausrede. Ja, aber da hast du dann nicht verstanden, was Religion ist. Religion ist genau das, dass man den Menschen davon abhält, Böses zu tun. Deswegen sage ich, die Religion ist gut für Männer. Frauen brauchen die nicht. Weil Frauen gut sind. Und Männer sind böse. Ja, die haben die Potenzialität. Nein, nein. Du machst dir ganz schön viele Feinde gerade. Also die hören gerade zu. Das ist schon heftig. Männer haben die Potenzialität. Und ich meine... Achso, Frauen haben nicht das Potenzial, böse zu sein. Sie kommen gar nicht auf die Idee. Die Fragestelle ist falsch. Okay, ich glaube, ich muss gar nichts mehr dazu sagen. Also dann soll das Publikum mit dir richten über dich. Frauen können böse sein. Männer können böse sein. Da... Gut, dann war ich in der guten Situation, dass ich es nicht nötig hatte. Ja, aber es geht nicht nur um dich. Es geht nicht nur um dich. Es geht auch... Es gibt so viele Menschen daraus. Ja, aber wir reden über das Allgemeine. Ich habe doch gesagt... Das Problem ist, das Allgemeine ist wie der Kosmos. Da kannst du alles hinein projizieren. Stopp. Das hat keinen Sinn. Du kannst alles, alles böse... Du leugnest, dass Frauen böse sein können. Und ich sage, was? Du vielleicht nicht. Ich glaube dir, wenn du sagst, du hast niemandem Schaden zugefühl. Ich wollte nur sagen, du hattest trotzdem die Möglichkeit, umso besser, dass du es nicht getan hast. Gut, dann machen wir eine Abstimmung. Abstimmung, ja. Die Frauen sollen sich melden, die meiner Meinung sind. Ja. Und die, die nicht meiner Meinung sind, die sollen sich auch melden. Und dann sehen wir es, ja. Ja. Das ist gut. Und, 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 weißt du, ich lese jeden Tag. Ich habe so ein Abreis-Kalent. Das heißt, die gute Saat. Ja. Das lese ich seit, ich weiß nicht, seit fünf, sechs Jahren. Ich habe mir so ein Christ, ein gläubiger Christ, ein Verehrer von mir geschenkt. Und das lese ich. Und seit vielen Jahren, also fünf, sechs, sieben Jahren lese ich das. Und ich denke immer, hä, was schreiben die denn da? Hä, was ist denn das? Und ich denke, sorry, das hat mit mir nichts zu tun, was ich da lese. Das geht mich nichts an. Und ich bin ziemlich sicher, dass diese Blättchenschreiber, diese Dinger da, das sind alles Männer. Und wenn ich diese Kirche, ich lese ja auch jeden Tag ein Kirchenlied. Ich habe so einige, einige Liederbücher, evangelische und katholische. Und dann lese ich diese Lieder und dann lese ich von Sünde und böse Gedanken und Ding und Fang und Rachtel und was weiß ich. Und das sind alles Männer. Und ich denke, oh Gott, ihr Ärmsten, oh Gott, oh Gott, wie schlecht geht es euch? Okay, ich frage mal so. Also das ist wirklich für mich. Darf ich, okay, darf ich dir eine Frage stellen? Hat dir noch nie eine Frau etwas Böses getan? Sei ehrlich. Eine Frau? Oder? Also ich bin mal mit zwölf Jahren von hinten, hat mich eine angefallen, die war schanzneidisch oder was? Ja, die hat mich angefallen. Ah ja, Neid. Ja, ja. Böser Gedanke. Ja, ja, Neid, natürlich. Die war neidisch. Und ich muss sagen, dass meine, ja, ja, und, ja, ja, es war immer Neid. Es war immer Neid. Und dann hatte ich eben eine Freundin, die war neidisch und die hat schon schlecht über mich geredet. Aber es hat mich nicht so gejuckt, muss ich sagen. Darum geht es hier gar nicht. Es geht darum, ist eine Frau dazu fähig, Böses zu tun? Oder wie auch immer du es nennst, jemandem zu schaden. Nenn mal es nicht böse. Du hast gerade von Neid gesprochen und die hat dich angefallen. Hallo? Also hast du es doch erlebt. Also ist die Frau schon dazu fähig, Schlechtes zu tun? Oder, ey, nenn es wie du es willst, anderen Menschen Schaden zuzufügen. Gut, 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 das ist so dramatisch. Ich weiß, du willst das nicht. Ey, ich verstehe dich. Wirklich. Brigitte, ich verstehe dich. Du hast wirklich viel, viel Schlimmes erlebt, das von Männern ausging. Sicherlich. Aber daraus irgendwie eine Theorie zu machen, über alle, ey, das nehme ich schon persönlich. Ist das nett. So, jetzt sind es meine schlechten Erfahrungen mit Männern. Ja, und ich nehme das schon persönlich, wenn du sagst, ja, das ist ein Männerproblem. Das hat nichts mit Frauen zu tun. Das ist viel zu pauschal. Ja, ja, bestimmt. Okay, dann, ich werde dich da nicht überzeugen können. Aber wir werden mal über das Thema Geschlechter sowieso sprechen. Ich freue mich. Okay. Wenn ich mich jetzt schon hier unmöglich gemacht habe, ich wundere mich jetzt. Was sagt das? Y ist ein kaputtes X? Dem Frauen habe ich... Sagt es ruhig, das kaputt ist. Okay, aber... Y. Und das ist deshalb ein Y. Weil das Beinchen, das zweite Beinchen fürs X viel. Okay. Du hast gesagt, die Frau ist eine Schöpferin, die ist eine Göttin. Könnte sie ohne einen Mann schöpfen? Könnte sie das? Die Klonindustrie. Also Transhumanismus. Ah ja, da stehst du also. Nee, nee, aber... Industrie ist nur, dass eben dieses XY... Das ist Transhumanismus. Also, das heißt, es braucht den Mann eigentlich ja gar nicht. Und die Zellteilung hätte ausgereicht. Und du willst mir auch sagen, dass Klonen eigentlich die Zukunft sein sollte. Das muss man... Natürlich. Du sagst doch, der Mann ist überflüssig. Ich wollte nur die Frage aufwerfen. Nein, 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 nein. Zur Verpflanzung gibt es andere Mittel. Das braucht man Männer nicht. Ah, okay. Also, bist du dafür, dass man diese anwendet? Nee, natürlich nicht. Ach ja, okay. Gut. Aber ich wollte nur sagen, diese Schöpferin... Nein, weißt du, was interessant ist? Das ist für mich auch sehr, sehr interessant, dass du die Frau als Göttin, als Schöpferin sehen willst, die aber... Ja, aber... Ja, ja, die ist es. Die ist es, gar keine Frage. Aber auch sie braucht einen Mann dazu. Du kannst jetzt nicht sagen, ja, nee, wir haben jetzt die technologischen Mittel, wir können das alles... Das ist Transhumanismus. Natürlich nicht so lustig, wenn man das hört, aber sie braucht im Prinzip nicht. Okay, dann bitte mach das ohne technische Mittel. Binden. Ohne Kopien anzufertigen. Erschaffe etwas Neues, sei kreativ als Schöpferin, ohne einen Mann. Bitte zeig mir das. Okay. Nein, ich bin sowieso für Männer, weil... Ach ja. Frauen, also die ältesten Staaten der Welt, das sind die Insektenstaaten, Ameisen, Bienen und wie heißen sie, Termiten. Und da geht es ja furchtbar zu. Also, da fehlt einfach die Lustigkeit und Frechheit der Männer. Ach ja. Natürlich. Ach, danke. Jetzt fühlt es mich gut. Um jetzt mal was Einendes zu sagen, ja, und nicht nur das, was uns trennt voneinander, ist, dass ich schon glaube, dass es, dass die Mutter das Urprinzip ist und auch wenn ich sozusagen islamisch da herangehe, vergleicht sich Gott immer wieder im Koran auch in Überlieferung mit einer Mutter. Ja? Ja. Und die Mutter hat ja eine unfassbare Bedeutung im Islam. Ich kann schon verstehen, wenn jemand, und das sage ich als religiöser Mensch eben, der nicht dieses Bedürfnis hat, ewig zu leben. Gar nicht. Ich will gar nicht so lange hier sein. Ich finde es toll hier. Und auch mit dir jetzt diese Sendung zu machen, alles super. Aber ich freue mich auch irgendwann, dass es vorbei ist. Ich kann das erklären, vielleicht machen wir das ein andermal, aber wichtiger ist ein anderer Punkt, auf den ich hinaus will. Ich kann nachvollziehen, wenn man nicht an einen Gott glaubt und an diesen Plan, dass jeder eine Frist hat auf dieser Erde und dann verlässt er diese Erde, dass man dann sagt, ich will nicht vergessen werden. Ich will nicht, dass es einfach endet. Ich will Spuren hinterlassen. Ich verstehe das, ich kann das nachvollziehen. Aber ich möchte Bedeutung gehabt haben. Ich will Bedeutung gehabt haben. Selbst Monumentalisierung. Das gibt es. Was würdest du sagen, wie gehst du jetzt persönlich damit um? Also für mich ist der Tod immer präsent. Das gehört zum Leben dazu. Also ich versuche mir das auch immer wieder im Kopf zu behalten, dass ich nicht ewig hier bin. Das ist auch wichtig, auch um Demut zu haben. Aber wie ist es bei dir? Wir brauchen gar nicht sozusagen drum herum reden. Du bist in einem höheren Alter. Für dich ist es das Gefühl näher dran. Ziemlich. Also wenn ich gewisse Rechnungen stelle, könnte ich sagen, ich bin nächstes Jahr tot. Wir hoffen das nicht. Nein, aber meine Mutter ist 83 geworden. Mein Vater 63. Nimm die Mitte. Dann bin ich nächstes Jahr dran. Okay, macht dir das Angst? Hast du so manchmal, dass es dich erschreckt so aus dem Nichts, dass du denkst, was wenn es aus wäre? Ja, 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 natürlich, klar. Das ist, äh, ja, 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 ja. Also eigentlich habe ich das Gefühl noch wahnsinnig viel vor mir zu haben und wenn ich aber ehrlich bin, zehn Jahre lang kann ich noch reisen, dann war es das. Und ich habe noch einige Sachen nicht gesehen, ich möchte, meine Idee ist, dass ich eben an den Orten war und sie begrüßt habe und auf Wiedersehen gesagt habe, diese Orte und ich war an vielen Orten noch nicht und das ist ein Problem. Ja. Aber das liegt daran, dass wir heute halt gewohnt sind, dass wir, äh, das haben können, was wir wollen. Ja. Ich meine, Entschuldigung, früher ist eine Bäuerin nicht aus ihrem Traum rausgekommen. Was hat die, ja, aber die hat ans Paradies geglaubt. Ja. Die hatte ihr Paradies. Und das habe ich nicht. Das ist das Problem, ja. Aha. Das ist wirklich. Aber das habe ich wirklich bei dir erlebt, dass du schon jemand bist, äh, der, ja, Angela Merkel ist dagegen arbeitslos gewesen, oder? So von deinem Tagesplan, wenn man sich da an, der ist so voll gefühlt. Also, äh, was du alles vorhast an einem Tag und wenn wir irgendwie einen Termin finden wollen, das ist nicht so einfach bei dir, das ist schon außergewöhnlich. An dir? Nein, 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 ja, das letzte Mal, aber davor die Male, da lag es dann an dir und du hast echt viel zu tun und ich finde das, ich finde das gut. Ich wünsche mir das auch, dass es bei mir so bleibt, wenn ich älter werde. Äh, dafür tue ich aber was, das sage ich dir. Ja. Das muss ich jetzt ganz konkret sagen, ähm, ich bin, warte mal, seit, äh, seit neun Jahren in Rente und, äh, seit zwei Jahren wohnt, äh, mein Mann nicht mehr bei mir, weil er eben in der Pension ist. Das heißt, ich bin vollkommen alleine von morgens bis abends. Und da musst du dir was überlegen. Da musst du eine... Fernsehen gucken, den ganzen Tag. Oh Gott, das will man... Oder in den Garten, ein bisschen rumschmitteln, an den Gräsern. Ich bin doch nicht in der Pension, ich wohne noch in München. Ja. Ich wohne noch... Nee, aber das machen die meisten. Also, die meisten haben so ein sehr einfaches Leben eben. Ich komme von einem Ort, das ist ein kleines Dorf und das sind nur Senioren, die dort leben und das ist deren Alltag. Fernsehen gucken, in den Garten gehen, fährst du ein bisschen Fahrrad und dann warst das. Wo, welcher Ort? Ich komme aus Jagel, das ist so ein kleines Dorf in der Nähe von Flensburg, so ein, äh, drei, vierhundert, Sehendorf. Da hast du erzählt. Ja, genau. Und da ist das so. So kannte ich eben ältere Menschen. Ja, das ist so. Und dann habe ich dich kennengelernt, dachte ich mir. Wow. Wahrscheinlich daher, weil ich ja, äh, zu leben erst begonnen habe nach der Therapie. Ich habe, äh, 86, da war ich 34 Jahre alt, Therapie begonnen, also die hat mir das Leben gerettet, im wahrsten Sinne des Wortes, auch mein bürgerliches Leben, weil es mir eben so schlecht ging davor. Und, ähm, gut, die Therapie ging bis 39 und da habe ich praktisch begonnen, überhaupt zu leben. Also ich bin jetzt eigentlich erst 32, 33 Jahre alt. Weil ich beginne jetzt mit meiner Karriere. Ja. Denn alles, was ich bis dahin gemacht habe, bis zu meinem, ich, ich wollte ja nie Lehrerin werden. Es war ja für mich ein Horror, die Vorstellung. Ja. Ein absoluter Horror. Lehrerin, um Gottes Willen. Ich wollte ja Managerin oder Regisseurin werden, ne? Oder, äh, Trapezartistin im Zirkus, ne? Trapez. Ja. Mit Salty und so weiter. Aber jetzt hast du, das heißt, ich habe die ganze Zeit etwas gemacht. Was ich nicht wollte bis zum 40. Ja. Und bis ich endlich, äh, dahin gekommen bin, äh, wo ich wollte, also dass ich Therapeutin werde. Oder jetzt noch weiter, dass ich, äh, ähm, eben Veranstaltungen mache oder Sendungen. Ja. Das hat halt so lange gedauert. Und jetzt geht's überhaupt erst los. Verstehst du? Und jetzt bist du schon ein bisschen traurig, oder? Das ist so, 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 so spät. Ich bin viel zu spät dran. Es tut mir so weh. Ja, aber du kannst so viel noch erreichen. Ja, ja, aber du, zehn Jahre habe ich noch. Ja. Zehn Jahre. Zehn Jahre. Das ist, ähm, sehr wenig. Und, äh, ich weiß nicht, ob ich es genießen kann. Also, ich sehe schon die Leute, die, äh, was erreicht haben. Und, äh, dann auch, ich weiß nicht, geehrt werden oder eingeladen werden oder was weiß ich. Ich weiß nicht, ob ich das erreiche. Ich weiß überhaupt nicht, was ich erreichen werde. Ist ja alles offen. Ist ja alles offen. Geht's dir jetzt auch um Vermächtnis? Hm, geistiges, ja. Geistiges Vermächtnis, ja. Natürlich. Ich möchte Spuren hinterlassen. Ich, äh, möchte Bedeutung haben, weil ich denke eben über die Therapieform, die ich mache, dass sie der Stein der Weisen ist. Behaupte ich jetzt einfach mal. Die Therapieform ist die Stein der Weisen. Und, äh, im, äh, Transhumanismus, in der KI, sagt der Herr Andresen, Marc Andresen, das ist, äh, einer da von Silicon Valley, dem gehört, äh, ein Teil von Airbnb, Facebook und, äh, Twitter. Und er sagt, sie haben mit Transhumanismus den Stein der Weisen. Ja. Sie haben, also sie machen Alchemie. Er sagt das direkt. Ja. Er sagt direkt, wir machen Alchemie, wir erschaffen den Stein der Weisen, wir bringen Sand zum Denken. Aha. Also Sand ist, äh, Silikon speichert, da 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 da. Also Sand zum Denken, ja? Also ist das substantial Silikon Welle? Ja, natürlich. Echt? Was glaubst denn du? Das war es das so. Es ist ja ein Mineral und das ist ja die Grundlage überhaupt und der hat so getönt und da habe ich gedacht, aha, er gibt es zu, er sagt, wie es ist. Und ich sage, das ist patriarchale Alchemie, sie wollen die Frauen übernehmen, die Mütter übernehmen. Die Technik, männliche Technik soll die Mütter übernehmen. Ja, kann ich zustimmen. So und jetzt aber nehmen wir an, in einem höheren Alter. Und das ist Putschismus. Putsch, 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 dagegen bin ich. Nehmen wir an, in einem höheren Alter, wir hoffen, dass du lange lebst und dann irgendwann kommt der Punkt, dann ist aus. Was passiert danach? Ich weiß jetzt ja nicht, dass es aus ist. Ja, aber wenn du jetzt darüber nachdenkst, dass es aus ist, was passiert aus deiner Sicht danach? Also wenn ich nüchtern bin, dann sage ich ja, ich merke es ja nicht, ich weiß es ja nicht, dass es aus ist. Ja. Ja. Nur die Zeit davor, darum geht es. Ja. Aber ich merke es ja nicht, wenn, ich merke ja nicht, wenn es aus ist. Aber trotzdem wirst du eine Vorstellung haben davon, was passiert. Ach so, ja, also sagen wir mal, vom physiologischen her wird es ja so erklärt. Wir sind ja, wir bestehen aus 70 Billionen Zellen. Also eine Billion sind 1000 Milliarden, beziehungsweise 70.000 Milliarden Zellen und die haben alle eine Spannung an ihrer Zellwand, weil da ist ja außen was, das Industitium heißt das, da sind die Nährmittel drin und die müssen ja in die Zelle und die Abfälle müssen aus der Zelle raus. Deshalb gibt es eine Spannung an der Zellwand, ich glaube außen 90 Millivolt, innen 50 Millivolt, damit eben diese Nährstoffe eingeschleust werden können und die Abfälle rauskommen. Also wir haben, wir können mit unseren Händen, ich habe das mal in China gesehen, eine 100 Watt Glühbirne zum Leuchten bringen. Wir sind elektrische Wesen. Ja, okay. Absolut elektrisch. Und dann, also vom Vorgang her sagt man, dass das ist gemessen worden. Da gibt es einen langen Artikel in so einer Wissenschaftszeitschrift, dass der Tod praktisch, also wenn man es jetzt mal vom, sagen wir mal vom technischen Elektriker her sieht, Dekompensation ist und zwar an jeder dieser 70 Billionen Zellen, zu deutsch, die Spannung geht weg, also Dekompensation, es gibt keine Spannung mehr, die zwei verschiedenen Zustände gehen in einen über und dadurch ist nichts mehr vorhanden. Also das ist das Abschalten, ja. Okay, also das ist so wie eine Batterie, die entladen wird und dann ist vorbei. Spannung ist raus, ja. Okay, das ist deine Vorstellung vom Tod. Nein, das ist nicht meine Vorstellung, das ist die, das ist die, das ist der elektrische Vorgang. Okay, der elektrische Vorgang, das heißt, es bezieht sich auf... Auf alle Organe. Auf alle Organe. Und jetzt sage ich dir eins. Ja. Weißt du, ich kriege so eine Wut. Auf wen? Ich, wenn ich diese Geschichte, nein, nicht auf dich, ich habe ja vorher wieder was gelesen, spirituelle Sterben, also, man darf immer noch mal sterben, man muss sich spirituell sterben. Okay. Oder sie wollen irgendwie rüber ins Dévanchant, heißt es dann bei den Theosophen, also im Zwischenzustand. Okay, aber nehmen wir mal das an, wo ich aufbewahrt werde und da hocke ich und warte und dann kommt die nächste Rechnung. Okay, ich habe mal eine Frage zu deiner, zu deiner Vorstellung, die ja auf wissenschaftlichen Methoden oder Messtechniken basiert. Gut, du sagst, eine Batterie ist eine Spannung und dann entlädt sich das und dann ist die Energie verschwunden. Futsch und aus. Das deckt sich aber nicht mit dem, was wir von der Wissenschaft wissen. Also in der Physik kennen wir den Energieerhaltungssatz, der besagt, dass keine Energie verloren geht, nichts verschwindet. Man kann weder Energie aus dem Nichts erzeugen, noch kann man sie verschwinden lassen. Sie geht in einen anderen Zustand um. Über. Sie geht in einen anderen Zustand über. Ja klar, du wirst dann beerdigt und dann bist du die Energie für die Würmer. Ne, dein Körper, sozusagen, dein Körper ist etwas für die Würmer, aber die Energie, wo du sagst, die wird, die verschwindet oder die wird entladen oder was auch immer, der Körper verliert die Spannung, wohin geht diese Spannung? Du kannst noch einen Stecker ziehen, Entschuldigung. Wo einen Stecker ziehen? Ich habe von der Lampe hier, ziehe einen Stecker und dann läuft nichts mehr. Okay, dann frage ich dich, woher kam die Energie und wohin ist sie entglitten? Was hat ihn, also genau das ist, glaube ich, da, wo wir vielleicht nicht einer Meinung sind, das ist eben, was ist Bewusstsein, was ist Seele, was treibt eigentlich dieses menschliche Gebilde? Du sagst, es gibt diese Spannung und ich frage dich, das ist ja, du hast gesagt, Stecker wird gezogen, aber was ist der Stecker oder was ist das, was dadurch geflossen ist, um dich anzutreiben? Ja, aber woher kam dieser Strom und wohin ist er gegangen? Genau da stoßen wir aneinander und das ist wieder die Frage nach, okay, woher kommt die Energie? Die Zeit ist schon vorangeschritten und ich glaube, wir könnten noch sehr viel über Jenseitsvorstellungen sprechen, was passiert nach dem Tod. Vielleicht finden wir eine andere Gelegenheit. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Die zweite Folge noch viel mehr als die erste, weil es endlich mal ein bisschen Feuer gab, was auch mal gut ist. Da können wir wieder zu Wasser kommen, aber Feuer ist auch manchmal gut. Und ja, ich muss sagen, ich freue mich schon auf die nächste Sendung. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und hinterlasst einen Kommentar und wenn euch das gefällt, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.